Wir sprechen heute mit einem Schweizer Immobilieninvestor, David Schreier. Er besitzt mehr als 30 Einheiten in seinem Portfolio und berichtet uns über die Vor- und Nachteile über Schweizer Immobilieninvestments. Außerdem werden wir jetzt zum Thema China zu sprechen kommen. Er hat mehrere Jahre in China gearbeitet, ist auch mit einer chinesischen Frau verheiratet und hat drei Kinder. Wir werden da wirklich auch genau angucken, was die Politik dort ist und was für kulturelle Unterschiede in China gegenüber eben Europa herrschen. Außerdem gucken wir uns an, welche Eigenschaften, aber auch Einstellungen und Mindsets wichtig sind, um langfristig im Leben erfolgreich, sowohl was Vermögensaufbau, Business, aber auch insgesamt das Leben angeht. Bleibt also dabei, schaut gerne zu oder hört zu und lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn dann weiß ich, dass euch das neue Podcast-Format hier gefällt. Herzlich willkommen, danke, dass du hier bist am Start. Ich denke, wir legen direkt einmal los in den Podcast und ich habe es vergessen zu sagen, das ist auch wieder Intro, mache ich im Nachhinein. Darum können wir direkt ins Thema reinjumpen. Das ist für mich auch immer wieder das Neue, ist jetzt die dritte Session hier mit dir, David. Und ja, du bist Immobilieninvestor hier in der Schweiz. Das ist auch sehr, sehr speziell einer der wenigen, die ich persönlich kenne und auch privat auch schon mit dir Kontakt habe oder auch schon abgemacht habe. Gehen wir auch direkt rein. Immobilienthema. Was fällt dir dazu ein hier in der Schweiz? Was mir dazu in der Schweiz einfällt? Ja, es ist schon so, die meisten Immobilieninvestoren sind älter, muss man klar sagen. Es gibt wenig Junge in dem Geschäft. Ich würde auch sagen, die wenigen, die es gibt, die kommen entweder vom Banking. Also es gibt eigentlich drei Bereiche. Entweder kommen sie vom Banking her, also Finanzierungsseite, oder sie kommen von der Vermarktungsseite, also Makler eigentlich, oder sie kommen vom Handwerk. In der Schweiz gibt es viele Vorteile, wenn man vom Handwerk kommt. Und vom Handwerkseite gibt es auch viele Investoren. Das heisst, weil man wahrscheinlich auch viel selber machen kann oder weiss oder einschätzen kann, wie teuer das ist beim Fixen, oder wie meinst du? Ja, ich glaube, die können sehr genau einschätzen, wie viel die Kosten sind für Instandstellungen. Sie können sie auch selber ausführen. Sie können die Arbeiter besser kontrollieren, können vielleicht bessere Preise verhandeln. Und ich glaube auch, in der Schweiz gibt es sich den Vorteil, dass man die Eigenleistung als Kapital anrechnen lassen kann. Das heisst, zum Beispiel, das Eigenkapital ist 150.000 oder 200.000 und je nach Bank kann man dann sagen, okay, ich bringe 50.000 Eigenleistung. Das bedeutet, dass ich einfach selber die Arbeit mache, die nötig ist. Genau, richtig. Zum Beispiel, du bist ein Mauder oder du willst ein Objekt sanieren oder ein neues kaufen oder ein neues bauen, sage ich mal. Und du sagst dann, okay, ich bringe davon 50.000 des Eigenkapitals in Form von Leistung. Krass. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch Limits dabei und nicht jede Bank macht genau gleich viel mit. Aber es ist eine Möglichkeit, die es hier gibt. In jedem Land kann man das nicht tun, aber in der Schweiz geht das. Also ich meine, hey, wir sind nicht mal fünf Minuten im Podcast schon was übelst Neues gelernt über Immobilien. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also ich meine, das heisst, man kann einfach Eigenleistung bringen und das wird dann halt in einem gewissen Maß dann als Cash-Eigenkapital angerechnet. Da gibt es halt Limite, wie du gesagt hast, aber das ist ja dann auch wieder ein großer Vorteil, weil letztendlich ja man dann einfach weniger effektiv Eigenkapital in Form von Geld, Liquidität bringen muss, oder? Für Handwerke ist das optimal, genau, weil sie haben die Skills, aber zum Teil einfach nicht das Eigenkapital. Und das ist eine Möglichkeit, dass sie haben, wovon sie profitieren können. Aber geht das nur bei Investmentimmobilien oder auch bei einem Eigenheim zum Beispiel? Ich würde sogar sagen, es ist eher eigenheimbezogen. Es würde auch bei einer Investmentimmobilie gehen. Ich würde aber sagen, zum Tragen kommt es eher bei den Selbstbewohnten Liegenschaften. Weil bei den Investments in der Regel eine höhere Summe, es sind mehrere Häuser und es geht auch, aber in der Regel ist es, ich kenne es eher für das Eigenheim. Ja, okay. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal, das ist jetzt schon etwas länger, ich glaube fast zwei Jahre her haben wir auch ein Video gemeinsam auf dem Channel gemacht. Da haben wir auch über dein Immobilienportfolio gesprochen. Da hat sich ja auch, du warst ja auch beim Finanzpool-Community-Treffen auch noch so gegen Ende. Da hat sich einiges getan im Portfolio. Vielleicht können wir auch hier nochmal so ein Update von dir hören. Was ist so der Stand heute? Wie sieht das aus? Wie hat sich das entwickelt? Und vor allem jetzt auch vielleicht speziell eben, du meintest ja auch, die Zinslage ist jetzt komplett anders. Das heißt, es hat auch nochmal Implikationen auf die Rendite und so weiter. Das fand ich auch schon letztes Mal beim Community-Treffen super spannend. Ja, also mein Portfolio ist sehr stark gewachsen. Ich habe jetzt, das habe ich etwa um die 30 Einheiten so. Um die 30, davon sind vier Gewerbe, 26 Wohnungen in etwa in der Grösse. Und das verteilt sich auf etwa fünf mehr Minuten. Genau, es hat sich recht stark entwickelt, recht stark gewachsen. Ich denke, in Zukunft sehe ich kein Problem, weiterzuwachsen. Wird wahrscheinlich auch so kommen. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, ob das unbedingt in Immobilien sein muss. Es kann auch irgendwas anderes sein. Ich bin da vollkommen offen. Ich würde auch nicht sagen, dass Immobilien das Beste ist. Es ist für gewisse Situationen vorteilhaft, für gewisse ein bisschen weniger. Die Zinslast, das Zinsänderungsrisiko ist ja vorhanden. Das ist ja im Moment sehr aktuell, sage ich mal. Ja, das heisst, die Zinsen sind ja schon massiv gestiegen. Das heisst, die Frage, quasi schliesst man längerfristig ab oder nimmt man eine Saron-Hypothek zu vielleicht noch einem tiefen Zinssatz mit dem Risiko für die Zinsänderung. Ja, das hat natürlich einen Preiseinfluss. Das heisst, theoretisch könnte man sagen, ein wachsender Zins wiegt sich reduzierend auf den Kaufpreis aus. Das ist aber nur ein Teil, würde ich sagen. Also in der Theorie, in der perfekten Theorie sozusagen. Ich würde schon sagen, in der Theorie schon, weil natürlich, wie tiefer der Zins, desto weniger hoch muss die Rendite sein, um Cashflow-positiv zu sein. Je höher der Zins, desto mehr Rendite braucht man. Das heisst, der Kaufpreis verringert sich, denn die Kunden bereit sind zu zahlen. Das wäre in der Theorie so. Ich denke, je nach Situation wird das auch so kommen. Es gibt aber auch Dinge, Faktoren, die dagegen sprechen, muss man klar sagen. Das ist nach Land unterschiedlich. Ich glaube... Also wenn wir jetzt speziell so in der Schweiz bleiben, ist es vielleicht auch spannend, weil man hört ja eben auf YouTube immer viel Content, dann geht es immer um Deutschland oder jetzt sagen wir USA. Aber in der Schweiz ist es halt, sage ich jetzt mal, insofern auch spannend. Ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, Freitag, hat ja die EZB den Leitzins auch erhöht und der ist jetzt nicht mehr im Negativen Bereich. 0,5, glaube ich, von 0 auf 0,5. Genau, genau. Das heisst auch, also Privatleute, es gibt keinen Negativzins mehr jetzt dort im Euroraum. Und das ist natürlich schon, also seit elf Jahren, also das ist halt auch wieder, wow, okay, wir haben jetzt wieder positive Zinsen. Und ich denke mal, auch in der Schweiz sind wir auch von 0,75 negativ, auch von 0, oder wo? Es war minus 0,75 Prozent und jetzt aktuell, also sie sind vor der EZB hochgegangen, 0,5. Ah, minus 0,25 jetzt. Jetzt ist es minus 0,25. Man weiss nicht genau, es ist noch nicht klar, wann es wieder ins Positive kommt. Aber denkst du, also so deine Meinung, so dein, mit deinem Know-how, denkst du, es wird jetzt auch ins Positive bei uns kommen oder eher weniger? Ja, also, ich denke, die EZB, die hat ja aufgeschlagen. Und ich glaube, wenn die aufschlägt, wird die Schweiz, quasi, die Schweiz ging zuerst, ich glaube aber, sie wird nochmal nachziehen. Ich weiß nicht, ob ich das gerne möchte, weil ich habe auch eine Saron-Hypothek, deswegen weiss ich. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern, was das genau ist? Weil ich denke, viele Leute, die jetzt hier auch zuhören, und auch ich, bin jetzt da nicht der Experte im Gebiet, dass wir da Sarno-Hypothek oder wie? Saron. Saron-Hypothek, genau. Also, ich habe Fixe und eine Saron. Das Rest ist eigentlich alles fix. Von dem her, ich bin ein bisschen diversfizitiert. Jetzt, Saron ist eigentlich das Wurde ersetzt, früher gab es einen Libor, der Libor war ja quasi der Interbankzins, der Vereinbart Wurde. Das wurde abgelöst in der Schweiz durch den Saron. Und das ist eigentlich ein variabler Zinssatz, zu dem sich, glaube ich, ich weiss nicht mehr genau, wie er berechnet wird. Was war ich mal? Libor war zu dem Satz, die sich die Banken unter sich Geld leihen. Beim Saron war es, glaube ich, im Nachgang von den letzten drei Monaten etwas Ähnliches, auch in die Richtung. Beim Libor weiss ich es genau, war die Bank und sie, also wie sie sich Geld gelehnt haben. Beim Saron ist es ähnlich, aber nicht genau das Gleiche. Aber es ist ein wichtiges zu wissen, es ist ein Variablersatz. Und von dem her, man vereinbart mit der Bank eine Marge. Also, ich sage zum Beispiel, ich zahle dir 0,7% Marge und dann natürlich zusätzlich der Satz. Also, das heisst, wenn jetzt der Zins auf plus 0,5% von der S&P wechselt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, plus 0,5%, plus die Saron-Marge von 0,7% liegt dann 1,2%. So läuft die Rechnung. Das passiert sofort, sobald das passiert. Also ist das irgendwie… Ich glaube, es wird quartalsweise berechnet, soweit ich weiss. Quartalsweise ist Zinszahlung und es wird, glaube ich, auch quartalsweise berechnet. Beim Libor war es, glaube ich, so, konnte man es auf monatlich machen. Beim Saron, ich kenne jetzt eigentlich nur Leute, die es quartalsweise haben. Aber das heisst ja im Prinzip, dass dann irgendwann die Tragbarkeit durchaus gefährdet werden kann, wenn jetzt sowas passiert. Oder je nachdem, wie teigst du, ich sage jetzt mal, bei einem Eigenheim oder so. Je nachdem, wie teigst du gerechnet, das kann die Tragbarkeit ja dann, ich sage jetzt mal, in den kritischen Bereich fallen. Und wenn ich das richtig verstehe, die Bank könnte dann sagen, hey, du musst halt nochmal x Summe nachschiessen, damit die Tragbarkeit wieder passt. Oder irre ich mich jetzt da? Das wäre jetzt so, ich bin halt absolut nicht der Experte. Ja, klar. Also bei der Kreditvergabe rechnet die Bank in der Schweiz mit 5% Zinsen, plus dann noch Unterhalt und so weiter. Okay. Also eigentlich… Wofür ist das? Genau, eigentlich soll es bis 5% sowas nicht kommen. Es ist eher so, ich würde eher sagen, wenn man jetzt eine Liegenschaft gekauft hat, eine Immobilie mit, kann ich sagen, 4% kapitalisiert, ja, also quasi 4% Rendite, was nicht so hoch ist, und man hat schon extra viel Eigenkapital reingesteckt, weil die Differenz muss damit eh Eigenkapital überbrückt werden zu den Vorgaben, Kapitalisierungsvorgaben der Bank, ja. Ja, dann kann es sein, wenn es jetzt wirklich im Markt eine hohe, sag ich mal, wenn es im Markt eine hohe Korrektur gäbe, dann gäbe es eine Möglichkeit, dass man Kapital nachschiessen muss. Aber es müsste in der Regel eine recht starke Korrektur sein. Das kann aber sein, dass man dann trotz 25 bis 30% gebrachtes Eigenkapital, man trotzdem einschiessen muss. Weil die Bank belehnt immer nur auf ihr eigener Wert 75%, zum Beispiel bei Melfminhäuser sind es 75%, auf den Wert der Bank 75%. Sollte sich der Wert der Bank massiv ändern, dann kann es sein, dass sie bei einer Hypotheken-Erneuerung, speziell bei den Erneuerungen, wenn sie sagen dann, ja, der Wert ist jetzt nicht mehr 1,8 und wir sind denn nur noch bei 1,6, wir geben die nur noch 75% auf die 1,6. Also Millionen meinst du jetzt, oder wie? Ja, genau. Dann nur noch die 75% auf die 1,6 und das heisst, der Rest, das heisst schon nur hier eine minimale Verschiebung, muss 100% mit Eigenkapital überbrückt werden. Und worst case wird sonst die Immobilie dann, also verkaufen oder was passiert dann? Ich meine, dann kriegst du keine Verlängerung, du kannst zu einer anderen Bank hoffen, dass die dir das gibt, ja, aber ich hatte jedenfalls nicht, dass ich noch keine Verlängerung bekommen habe, aber ich meine, schlussendlich wird die Bank verlängert mit dir nichts, sie wird das Geld haben. Ich würde mal sagen, wenn du keine Bank findest, die verlängert, dann müsste es verwertet werden. Ich glaube nicht, dass das so schnell vorkommt. Aber einfach, ich glaube, das Risiko ist dann einfach auch, dass du dann sehr wenige Banken hast, die dann noch finanzieren. Das heisst, dass vielleicht 5 bis 10 Banken, die das finanzieren würden, bleiben dann vielleicht nur noch eine oder zwei und die geben die zum Teil dann, die merken, du kannst nicht wechseln und geben die nicht unter Konditionen. Also was ich vielleicht auch so… Du musst sie dann akzeptieren. Ja, weil du halt keine andere Wahl hast. Weil du keine andere Wahl hast. Also was ich einfach insgesamt so bei Immobilien immer sehr spannend finde und das ist ja bei Aktien sehr verteufelt, ist so dieser Fremdkapitalhebel. Also da ist es ja gang und gäbe. Ich sage jetzt mal, wenn du jetzt eine Renditeimmobilie erwirbst, guckst du ja schon, dass du, klar, in der Schweiz musst du ja, glaube ich, mindestens 20 oder 25 Prozent anzahlen an Eigenkapital. Aber du guckst halt schon, dass du Fremdkapital halt mitnimmst oder so viel wie halt geht. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Aktien wäre das ja so ein Sakrilegschirm für viele Investoren, weil das halt Hochrisiko ist. Wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich gehe jetzt hier mit, keine Ahnung, 25 Prozent Eigenkapital rein und kaufe jetzt irgendwie Nvidia-Aktien und der Rest ist halt Fremdkapital finanziert. Das ist ja völlig anderes Risiko. Darum finde ich das bei Immobilien so spannend, da das praktisch eine Grundvoraussetzung ist für viele überhaupt, um in Immobilien reinzugehen und so diese Eigenkapitalrendite dadurch höher ist. Also, wie siehst du das? Eher kritischen Segen oder zweischneidiges Schwert? Weil ich finde, es ist natürlich ein gewisses Risiko da auch, oder? Total. Also, ich denke, genau, es ist ein zweischneidiges Schwert, das muss man sich mal festhalten, ja. Ich würde sagen, hier gibt es eine persönliche Antwort, eine gefühlte Antwort und dann noch seine fachliche Antwort. Ich meine, die fachliche Antwort wäre eigentlich die, solange der Fremdkapital-Zinn, Zins tiefer ist als die Eigenkapitalrendite, die du damit erwirtschaften kannst, sollte der Hebel vergrössert werden. Und sobald sich das umdreht, sollte die Schuld verkleinert werden. Das wäre das eigentlich. Also, wenn man sagt, ich kann mit dem EK Eigenkapital 10% verdienen, zahle 3% Zinsen, sollte man die Schuld erhöhen. Oder? Weil es rentiert sich ja. Jetzt, natürlich kann das immer zu gewissen Risiken verleiten, sage ich mal. Da muss man schon auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich sage es mal so, der Einsatz von Fremdkapital hat natürlich einen Vorteil, dass du eine höhere Schlagkraft bekommst, was die Rendite angeht, im Sinne von Eigenkapitalrendite. Oder? Weil, ich nehme jetzt mal an, du bist 24, ja, beispielsweise. Und du willst mehr, sage ich mal, passives Einkommen verdienen. Das ist noch ein anderes Thema, da gehe ich jetzt nicht weiter rein, aber du wirst mehr passives Einkommen verdienen. Ich glaube, gehst du jetzt zur Bank und sagst, hey, ich finde dir die NVIDIA-Aktie super, kannst du mir 75% auf meinen Einsatz belehnen. Dann würde die weiße Bank zu einem 24-Jährigen wahrscheinlich sagen, schön, dass wir zusammen gesprochen haben. Da ist die Tür. Ja, genau. Ich finde dich mega toll, aber… Nein, danke. Genau, lieber nicht, oder? Und deswegen ist es einfach unrealistisch, oder? Das heisst, wenn du einen stärkeren Punch haben willst, dann ist das mit einer Immobilie möglich, weil du gehst zu einer Bank und sagst, ja gut, kann ich quasi belehnen auf diese Immobilie und dadurch eine höhere Eigenkapitalrendite erwirtschaften, bist du einverstanden. Die Bank sagt dann, wenn du die 25% bringst, ja, in der Regel. Das heisst, du hast mehr Eigenkapitalrendite und die Bank hat natürlich die Sicherheit. Von der Liegenschaft, die sie, eine Aktie, sie hat sie schon auch, aber ist nicht das Gleiche, ja, muss man schon sagen. Es gibt institutionelle Investoren, die das machen, Hedgefonds zum Beispiel, die machen das durchaus. Aber, ich sage mal, im Retail-Bereich eher weniger. Und das ist der Vorteil von Immobilien. Ist aber natürlich auch gleich das zweischneidige Schwert, du bist dich schon geleveraged und du musst aufpassen. Grundsätzlich würde ich empfehlen, gute Analyse zu machen, die richtigen Objekte zu kaufen, einfach lieber mehr Angebote zu prüfen, also statt, sage ich mal, mehr Angebote einfach zu prüfen und dann zuzuschlagen, wenn man wirklich überzeugt ist und auch wirklich bemessbar ist. Zusätzlich auch das Geld, das man verdient, ich würde nicht empfehlen, das in Konsum zu investieren, kann ich jetzt fast nicht sagen, aber ich würde es nicht verkonsumieren, sondern ich würde das verdientiger als Rücklage bilden. Und ich habe mir immer gesagt, ich verdiene einfach und ich will dann so stark sein, dass wenn die Bank dann sagt, also sich einfach das Zinsumfeld ändert, dass ich dann sagen könnte, okay, ich habe viel verdient, ich zahle jetzt die Schuld oder einen grossen Teil zurück. Und das habe ich auch so gemacht. Also eine Teiltilgung einfach zwischendurch und dann sinkt auch der monatliche Betrag, den du zahlen müsstest für die Hypothek sozusagen. Man muss die Tilgung nicht ausführen, man kann ja einfach auch das Cash auf der Seite haben. Ja, aber ich meine einfach, falls dann der, also wenn das eintrifft, könntest du, ich sage jetzt mal nochmal, zusätzlich 30% der Schuld tilgen und dann würde auch automatisch die monatliche Hypothek wesentlich geringer ausfallen. Die Zinslast wird kleiner, ja. Muss ich aufschauen, kannst du das vom Vertrag? Es gibt gewisse Verträge, die können das nicht. Das ist auch Vertragsfreiheit hier, ob man extra quasi Rückzahlung machen kann. Gut, wenn man einen festen Zins hat, muss man das nicht unbedingt. Man kann einfach dann bei der Verlängerung weniger neues Volumen abschliessen, oder? Das heißt, nehmen wir jetzt mal, wir hatten eine 10-Jahres-Hypothek in der Schweiz zu, keine Ahnung, 0,86%. Ja, das muss man nicht unbedingt tilgen. Man kann einfach jetzt sagen... Du kannst sie dann dazwischen tilgen, bevor du dann die neuen... Genau, richtig. Du kannst einfach nur eine kleinere neue Hypothek machen zu 3%, wenn das Umfeld halt 3% Umfeld wäre. Und wenn dir das zu viel ist, dann kannst du es dann zurückziehen in der Mitte. Vielleicht aber auch nochmal so als Punkt, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, eben Analyse muss man gut machen, gut vergleichen und so weiter. Ich meine, aber wie bist du ins Thema Immobilien so dann reingekommen eigentlich? Weil das ist ja, glaube ich, immer so diese Frage, so wie fange ich überhaupt an? Wie starte ich? Wie komme ich da rein? Und dann auch, wie bekomme ich denn überhaupt das Wissen letztendlich? Weil es wird dir ja nicht in der Schule beigebracht, Immobilieninvestor zu werden. Ja, es ist eine Mischung, ja. Also ich habe, auf der einen Seite habe ich als Finanzberater gearbeitet, ja. Und bin vom Beruf Buchhalter, ja. Also heute leite ich Finanzen, bin ich am normalen Buchhalter, ja. Das heisst, es ist eine Mischung zwischen, ich sage mal, all diese Themen vermengt, haben sie ein bisschen ausgemacht. Ich habe auch von meinem Vater dann zum Teil Immobilien einfach vermarktet oder mal für eine Miete gesucht und all das in der Mischung hat es eigentlich ausgemacht. Ich kannte auch jemanden, der das gemacht hat und ich habe mit ihm ein bisschen geredet, so wie wir es jetzt machen. Ich bin da recht aufmerksam in dieser Institution. Er hätte wahrscheinlich, zusammengerechnet im ganzen Leben, hat er mit mir vielleicht 30 Minuten über das Thema gesprochen, ja. Das ist wirklich nicht viel, ja. Aber ich habe extrem, ich habe das wirklich aufgesogen und habe über die 30 Minuten sicher, ich habe sicher 12 Stunden über das nachgedacht, über diese 30 Minuten Gespräche oder noch mehr, wirklich sehr viel. Ich habe es von oben, von unten, von der Seite betrachtet und bin dann zum Schluss gekommen, dass Immobilien sehr attraktiv sind. Das war 2014, ja. Und habe mich deswegen dafür entschieden, ja. Das ist eigentlich so der Grund. Also ich fand einfach, dass, einer der Effekte war sicher, das ist einfach der Hebel-Effekt. Ich fand im 2014 waren die Preise immer noch okay, man konnte Objekte finden, man findet heute auch noch Objekte. Es ist einfach schon viel schwerer, gebe ich zu, ja. Ich muss sagen, ich fand es damals im 2014 fand ich, ich bin spät. Das denkt man glaube ich immer, oder? Ja. Egal, welches Investment. Ja, ob es Krypto, Aktien ist, ja, der Zug ist schon abgefahren oder Trading Cards, Collectibles und dann 5 Jahre, 10 Jahre später denkst du, ah, der Zug war gerade noch nicht abgefahren, der war einfach noch, der war schon ein paar Stationen weiter, aber noch nicht bei der Endstation. Total. Ich habe schon im 2009 gedacht, jetzt Immobilien kaufen. aber ich hatte einfach kein Geld. Boah, aber 2009 direkt nach dem Crash, also so. Ja, das war eine Crash-Zeit. Ich glaube, es wäre nicht ein schlechter Moment gewesen. Ich hatte einfach noch zu wenig, ja. Wie alt warst du da 2009? Ich meine, ich war 14, 15. 20 gegen sowas. Nee, ich war 13 Jahre, nee, doch 13 Jahre alt war ich da. Also ich habe da noch gar kein Geld. Genau, das Taschengeld. Ja, ich hatte auch zu wenig einfach und das war einfach nicht möglich. Ich wollte unbedingt, aber es war nicht möglich und ich konnte es eigentlich erst in 14 machen, ja. Und es war auch da, es war ein Challenge, ja. Und es hat sich extrem ausgezahlt damals. Ich war auch unter Zugzwang. Ich meine, ich habe früh geheiratet, ich habe ja auch drei Kinder, wo du weisst. Da kommen wir noch später nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich mir ein Thema rausgesucht, was ich sehr spannend finde. Von dem her, ich musste auch etwas performen. Und ich habe einfach gedacht, ich muss meiner Familie was bieten, ich muss eine Sicherheit bieten. Und ich habe ein Mehrfamilienhaus gekauft, habe eine Wohnung selbst bewohnt und die anderen vermietet. Das hat sehr viele Vorteile. Haushacking so mäßig. Weil ich meine, du hast sehr viele Vorteile, die sich einfach vermischen. Auf der einen Seite hast du, erstens, du kannst für deine eigene Wohnung, sag ich mal, du hast fünf Wohnungen, ja. Einer davon bewohnst du selbst. Nehmen wir an, die sind alle gleich gross. Das heisst, du kannst dein 3A-Geld beziehen für 20% des erforderlichen Eigenkapitals, weil das 20% der Wertquote des ganzen Hauses ist. Das heisst, du kannst eigentlich ein Renditeobjekt kaufen, aber trotzdem deine dritte Säule benutzen. Das ist schon mal ein Vorteil, ja. Beim sonstigen Renditehaus kannst du es nicht, weil du nicht den wohnst. Das war mal ein Vorteil. Das ist eigentlich so ein Trick eigentlich, um, ich sage jetzt mal, ein Mehrfamilienhaus zu erwerben, wenn man jetzt die 3A-Säule dafür auch mitbenutzen möchte. Spannend. Habe ich jetzt gar nicht daran nachgedacht. Ja, genau. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Aber das ist so ein Punkt. Du kannst die Hauswartung selbst erledigen, musst nicht jemanden engagieren. Du kannst viele Reparaturen auch selbst erledigen, also wenn du willst. Ich empfehle es. Ich empfehle grundsätzlich, dass du alles mal gemacht hast. Ich würde nicht immer sofort alles outsourcen. Du kannst es immer noch machen, aber ich denke, man muss die meisten Dinge zumindest einmal probiert oder gemacht haben. Das hilft, weil man kann es einschätzen danach. Auch besser zum Einschätzen, ist das jetzt zu teuer, das Angebot, die Offerte oder ist es angemessen oder günstig sogar. Also was ich halt auch noch sehr spannend finde, ich meine aktuell, wenn ich das richtig im Kopf habe, du lebst ja zur Miete. Genau. Und das ist nicht dein, also nicht deine Immobilie oder nicht dein Gebäude. Aber du hast ja eben über 30 Einheiten und davon sind auch viele halt normal bewohnt von Personen. Absolut. Das finde ich immer sehr spannend, weil eben so diese Diskussion, Eigenheim haben oder Mieten, das ist ja auch immer so eine Lifestyle-Frage, eine sehr polarisierende Frage. Ich meine, wie kommt es jetzt dazu, dass du zur Miete lebst und nicht jetzt auch immer noch jetzt zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus lebst und einfach eine Wohnung davon bezieht? Was sind so die Gründe oder die Hintergrundgedanken? Gibt es da vielleicht auch was Finanzielles, warum das vielleicht mehr Sinn macht oder was sind da deine Gedankengänge dafür gewesen? Ja. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu bewohnen, das würde ich total machen. Auch wenn es mir gehört, das finde ich okay. Das würde ich machen. Eine eigene Wohnung oder ein eigenes Haus. Man kann es machen. Ich sage nicht, es ist schlecht. Ich mache es jetzt nicht. Im Moment, vielleicht einmal später. Es hat voll Nachteile. Ich würde sagen, von der Rendite, von der Cash-Rendite ist es sicher schlechter. Das ist ein Riesenthema. Ich sage, ich will es niemandem vor, der es tut. Wirklich nicht. Ich finde es okay. Ich finde es vollkommen, ich sage echt auch viele... Wir müssen ein bisschen mehr polarisieren. Es gibt zwei Arten, wie man Geld verdienen kann. Das eine ist Cashflow und das andere ist Wertzuwachs. Und das muss man wirklich unterscheiden. Andere sagen, ja, das Gegner mir ist, hey, ich habe die Wohnung gekauft, jetzt hat die so viel Wert, das ist so super und so weiter. Und ich sage immer, ja, das stimmt schon. Erstens muss natürlich das im Wert zu wachsen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir kennen das so, aber das ist nicht selbstverständlich. Und vor allem die Preise sind schon echt hoch. Ja, definitiv. Ich weiss nicht direkt, wie hoch das noch wachsen will, da bin ich skeptisch. Und zweitens, ich meine das Geld, den Wertzuwachs, dem muss man erstmal in Cash wieder reinbringen. Das würde oftmals bedeuten, ich muss das Objekt verkaufen. Und das will ich ja nicht. Das heisst, die Preissteigerung ist halt eigentlich auf dem Papier. Und man kann es dann nicht wiederverwenden sofort. Ja, und du hast halt auch keine Cashflow, also keine Liquidität letztendlich, die du dann ja auch teilweise brauchst. Weil vielleicht brauchst du ja nur nicht die ganze Immobilie, die jetzt 1,5 Millionen wert ist, sondern einfach nur 50.000. Aber du kannst dann auch nicht so einfach, wenn ein Großteil eines Vermögens in diese Immobilie ist, mal 50.000. Du kannst ja nicht irgendwie ein Zwanzigstel von der Immobilie mal kurz so. Ja, es ist, genau, es ist eigentlich nicht. Es gibt auch da Möglichkeiten. Es gibt auch da Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die Liegenschaft, soll ich sagen, eine Teilauszahlung machen, wenn da die Bank dabei ist. Wenn die Bank sieht, die Liegenschaft hat extrem an Wert gewonnen, dann kann man sagen, hey, saßst du mir noch 200.000 aus und vielleicht sieht die Bank, okay, gut, dann überweist sie dir das. Dann wird einfach die Hypothek vergrößert letztendlich. Genau, zur freien Verfügung. Das gibt es. Das könnte ich zum Beispiel bei Liegenschaft machen von mir. Effektiv. Das wäre möglich. Hat das steuerliche, ähm, also hat das eine steuerliche Implikation oder sind die 200.000 eigentlich keine Einkommensteuer? Weil du hast einfach, nein, es ist mehr Bilanz, du hast mehr Schuld und dafür hast du Cash. die kannst du einfach frei verwenden und das ist auch steuerlich nicht ein Problem letztendlich, auch nicht, weil es kein Einkommen ist, oder wie. Dann ist man schon, naja, genau, also es gibt keine Einkommensteuer. Okay, weil das wäre schon heavy. Nein, aber dann würde ich es nicht machen, nein. Ich habe es auch nicht gemacht, bei mir ist das einfach das Poster für Rainy Days. Es hat steuerlich keine Applikationen. Es kann natürlich sein, dass die Bank sagt, okay, ich gebe dir das. Manche würden sagen, zur freien Verfügung oder sie sagen, 100.000 zur freien Verfügung, ich gebe dir aber 200.000, wenn du damit ein Haus kaufst, dass du wiederum bei mir finanzierst. Das gibt es auch, ja. Dass du noch mehr Schulden aufnimmst und noch mehr Zinsen zahlst. Ja, weil du bringst ihnen auch ein Geschäft natürlich, So kann man natürlich auch in einem Familienhaus Cash-Straße ausziehen, aber das ist nicht der Standardfall, sage ich mal. Echt nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit. Es wäre eine Möglichkeit, man muss die Details prüfen, aber ja, ich sage mal, das ist nicht ein Standardfall. Deswegen, der Rundschi zum Elfamilienhaus, ist einfach, du hast beides. Du hast den Wertzuwachs, den du dir ebenso aussahen lassen könntest, wie bei einem Einfamilienhaus. Also es ist das Gleiche. Zusätzlich hast du Cashflow, den du sofort wieder reinvestieren kannst. Und den Cashflow ist, was du willst, weil das gibt ja eigentlich diese überproportionale Kurve, sage ich mal. Und dieses exponentielle Wachstum machst du eigentlich mit dem Cashflow. Und, und das ist auch wieder so der Punkt, da bin ich eben bei Aktien-Großer-Fan, den Cashflow letztendlich, wenn du die Rücklagen für die Immobilie gebildet hast und halt die Hypotheke abbezahlst, bleibt dir vielleicht immer noch was übrig. Du kannst es auch umschichten in andere Assets, wenn du diversifizieren willst. Das ist auch ein großer Vorteil von Cashflow, weil bei Dividendenaktien zum Beispiel, bin ich ja nicht dran gebunden, diese Dividende, die ich bekomme, von Tausenden von Franken, allenfalls pro Jahr oder Zehntausend von Franken, wieder in Aktien zu reinvestieren. Ich kann ja im Moment sagen, ich kaufe jetzt damit Gold. Oder wenn mal der Cashflow so riesig wird, okay, hey, ich war jetzt zwei Jahre lang Dividenden-Cashflow und kann Immobilie anzahlen. Also solche Geschichten kannst du dann auch machen. Und das stelle ich mir halt manchmal auch deutlich schwieriger eben vor, wenn du halt alles in einem Asset, in einer Immobilie, in einem Objekt drin hast. Aber eben, du hast ja jetzt gesagt, man könnte ja auch so eine Refinanzierung, wie das heißt, machen, wo du dann halt Cash durch einen Kredit sozusagen wieder raus holst. Also spannend. Genau, du kannst den Cash reinvestieren, das geht beim Immobilie das ist einfacher oder beim Immobilie in der Wohnung kannst du über eine Refinanzierung dann diversifizieren. Aber auch hier, ich muss einfach schon sagen, also da muss man schon aufpassen, weil sonst, ich würde jetzt nicht empfehlen, da eine Hypothek aufzunehmen und das spekulativ zu investieren. Das muss man ein bisschen aufpassen, ja. Ja, aber diese Möglichkeit gibt es. Und von dem her, ich sage einfach mal, deswegen würde ich die Immobilie bevorzugen zu den selbstbewohnten Liegenschaften. Zusätzlich, ich meine, man muss auch klar sagen, es gibt auch einen Bewertungsunterschied. Die Mervmin-Häuser werden in der Regel berechnet auf die, soll ich sagen, auf die Mieterträge. Der Wert des Mervmin-Hauses stützt sich auf die Mieterträge. Hingegen in der Regel ist es so, dass die Wohnungen und die Häuser, die gehen auf deine persönliche, sage ich mal, Tragbarkeit von deinem Einkommen. Also von deinem Gehalt letztendlich. Von deinem Gehalt, genau. Und in der Schweiz ist es so, dass, wenn ich jetzt eine Cashflow-Kalkulation machen würde auf Wohnungen, also quasi Eigentumswohnungen, ich würde zum Teil nur die Hälfte bezahlen, als wenn es eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses wäre. Also du kriegst eigentlich eine bessere Rendite mit einem Mehrfamilienhaus, wenn ich das so richtig verstehe. Wesentlich eigentlich, in der Regel schon, ja. Also in der Schweiz ist es speziell, also wir reden jetzt ja wirklich Schweiz-spezifisch, weil da kennst du dich ja auch. Das ist Schweiz-spezifisch. Ich glaube, ist aber auch, in Deutschland bin ich nicht sicher, ich glaube, ist aber gleich, ja. Ich glaube, ist gleich. Aber eben wichtig ist, was in der Schweiz ist, weil wir haben wirklich, also das ist wirklich super krass, ich habe das ja auch schon öfters erzählt, es gibt super viel Content, so eben in Deutschland, vor allem da gibt es wirklich viel, aber auch USA sowieso, aber Schweiz gibt es kaum und auch kaum gescheite, ich sage mal, Quellen und viele Quellen gehen dann nur über das Eigenheim und das Eigenheim ist halt meiner Meinung nach halt nicht so das wirkliche Renditeobjekt, weil sehr oft ist, ich sage mal, das Eigenheim ja dann auch so, okay, dann hast du noch das dazu, das dazu, weil du noch eh noch das willst wegen Lifestyle und dann auf einmal, wenn du das aber so vermieten würdest, würdest du sogar eine Negativrendite machen, weil du so viel reingesteckt hast und hier nochmal die spezielle Badewanne, die halt nochmal 5.000 mehr als die normale kostet, weil die halt einfach noch irgendwelche Blubberblasen machen, also so all das mögliche und das halt dann in sich in der Miete, wenn du es vermieten würdest, nicht krass widerspiegelt sozusagen, ja, und also darum bin ich auch, also wenn ein Eigenheim, würde ich es auch eben so mit einem Mehrfamilienhaus am besten machen, aber ich glaube, der Nachteil dort ist, du bist dann halt auch nicht so privat, weißt du, also ich glaube, das wäre so der Nachteil, oder? Das verstehe ich, also ich meine, ja und nein, ich sage mal so, wenn ich jetzt mit einer Wohnung vergleiche, ich meine, mit einer Eigentumswohnung, nehme jetzt deine Nachbarn sind toll, hey, das finde ich super, ja, und es kann auch sein, dass das zu Beginn mega toll ist, aber das Ding wird ja veräbt und wieder verkauft und so weiter und der Mix ändert sich und es kann einfach sein, dass die anderen Personen dir nicht mehr so zusagen, ich finde, da kann man sich wie nicht drauf verlassen, wenn ich jetzt würde mir das Ganze gehören, dann könnte ich halt immer noch sagen, ich verblüße dir den Mietvertrag auf, ja, also ich meine, nichts Persönliches, aber das ist einfach so eine Möglichkeit, ja, klar gibt es auch Gesetze und so weiter, aber ich meine, du die Möglichkeit hast unter dem Strich, ja, und das ist auch fair, das hat einen Nachteil, weisst du, ich denke, die Einflussmöglichkeit ist schon grösser beim Einfamilienhaus und auch bei der Vollkostenkalkulation bei einem Einfamilienhaus oder bei einer Wohnung in der Regel, ich würde sagen, ich glaube, viele Leute machen sich was vor, die rechnen nur die Zinsen oder rudimentär Unterhalt, aber ich glaube, es ist teurer, also es ist schon, ich glaube, schon heute ist man eigentlich teurer. In der wirklichen Vollkalkulation, ja, also mit Verwaltung, mit 2% Unterhalt, es wird ja alle 50 Jahre quasi alles nochmal ersetzt, was finde ich schon sein kann. Ja, klar, im Küche, Bad auch und so vor allem und so, weil damit es dann auch nicht, also nicht mega viel 50 Jahre, also ja, das ist ein halbes Leben ungefähr. Ja, das ist schon, das ist viel, also wenn es das 50 Jahre machen würde. Also wenn ich jetzt was kaufen würde, was alles frisch neu ist, dann kann ich mit 70, ja, wenn ich in Rente bin, kann ich dann alles nochmal neu machen lassen für meine Enkel oder für meine Kinder, oder? So in etwa ist es dann. 2% ist alle 50 Jahre. Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht, also das sieht man ja auch schon heutzutage, wenn du halt ein Bad drin hast, was älter ist, als 30, 40 Jahre, das ist halt einfach, das wollen viele Leute, glaube ich auch, also weißt du, was ich meine? Also wenn du es jetzt vermieten würdest, das wäre so richtig so, okay, das ist halt schon nichts mehr so, so nice, weißt du, was ich meine? Also vieles, was ich halt so sehe, es muss ja nicht teuer sein, aber es muss so, ich verstehe es. einfach so modern halt aussehen, weißt du, wie ich meine? Man sieht halt so richtig den Kontrast, okay, das ist 70er Jahre und das wollen super viele überhaupt nicht und dann kommen sie einfach da nicht hin. Mit Blumen, Orange. Ja, genau, diese Plättli, braune Fliesen, braune Fliesen, die schwirchen, genau so, Genau, mit Alpensymbolen. Genau, also das ist wirklich so 70er Jahre und also ich kenne halt viele, die wollen das gar nicht, ums Verrecken, sie zahlen dann auch mehr und damit sie das einfach, das wollen sie nicht. Klar, das ist dann schon eine Luxusentscheidung, aber du hast dann auch viele Leute, die sich diese Entscheidung gönnen, weil für viele ist dann auch Leben, Wohnen, Lifestyle, auch wenn sie nur zur Miete, leben und ich denke, dass es halt, also selbst wenn du es vermieten würdest, musst du dann irgendwann auch sagen, okay, es muss nicht das Teuerste sein, aber es muss halt so, ich sag mal, aktuell oder halbwegs aktuell ausschauen, oder? Ja, ich finde schon, ja, also ich wohne gerne zur Miete, echt jetzt, also wirklich, ich finde es super, weil wenn es ein Problem gibt, ich kann anrufen und sagen, hey, das funktioniert nicht, ich muss mich, ja, das ist wirklich so, ich weiß, ich muss mich nicht drum kümmern, das ist schon echt ein Vorteil und auch, noch ein Vorteil, nicht auch noch sehr, ist einfach, man weiss, ich finde auch, man weiss nie so recht, vielleicht geht es anders, aber man weiss nie so recht, wie lange ist man an einem Ort, ja, ich glaube auch, vielleicht früher hat man noch 30 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet, oder keine Ahnung, 40 Jahre und Opa auch noch. Hast du die Golduhr bekommen? Ja, genau, ja, ich glaube, ich weiss nicht, die Zeit ist vielleicht vorbei, ich weiss auch nicht, weil wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, dann muss ich jeden Arbeitgeber in den Umkreis von dem Haus haben, weil sonst muss ich das vermieten. Ich glaube, da ist es schwierig, dann eine Rendite zu machen. Ein Einfamilienhaus, und auch eine Wohnung, also wenn du eine Eigentumswohnung kaufst in der Schweiz, hier geht es, keine Ahnung, Zürich, zwei Millionen oder sowas. In der Wohnung. In der Wohnung, ja, das gibt es, das ist doch normal da, oder? Und ich weiss nicht, wie man da Geld verdienen will, dann mit einer Wohnung, ja, und da muss man dann immer den Arbeitgeber im Umkreis suchen, ja. So eine Stunde im Umkreis, so eine Stunde im Umkreis, ist dann schon sehr heftig, ja. Also ich finde das, ich will mich da nicht festlegen, ich will einfach sagen, ich könnte eine Wohnung sein von meinem Elfmannhaus, und wenn es mir nicht mehr passt, gehe ich in eine Wohnung von einem Dritten, finde ich total in Ordnung, und wenn ich mal gar nicht mehr in der Schweiz sein will, dann gehe ich wieder weg, vermiete alles und wenn ich wieder zurück bin, nehme ich es von einem Dritten oder wenn eine Wohnung frei wird bei mir, die Mücke sowieso zusagt, dann nehme ich es. Ich finde es besser flexibler. Die Rendite ist besser, man ist flexibler. Ich finde es besser, aber jeder, der es anders will, ich verstehe es. Speziell, ich würde es speziell verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meins Berufsmusiker, ja, man muss acht Stunden Piano spielen am Tag. Das gibt es. Dann ist was anderes, ja. Das ist dann schon teilweise, also Ruhestürung, also das ist schon, also in der Schweiz, da ist man schon so Bünzli-mäßig, also wenn es so ein bisschen zu laut ist, dann ist schnell mal so die Polizei vor der Tür tatsächlich. Das ist vor allem so, also das ist schon auch in Zürich auch schon alles gesehen gehabt, da wird da nicht kurz so rübergegangen, so hey, du bist, was ist da los, sondern vor allem, wenn man halt den Nachbarn jetzt nicht direkt kennt, dann ist mal schnell die Polizei, so was machen die hier, okay, und das ist, ja klar, ja eben von dem her, wenn man mehr Privatsphäre will, das verstehe ich, oder man ist wie, oder man ist ein passionierter Gärtner, zum Beispiel, wie ich einen Tonkarten habe, den speziell einrichten, ja klar, dann ist ein Einfamilienhaus vielleicht das Richtige. Oder du weisst, du wirst sesshaft werden, wenn du das so weisst. Ja, oder du weisst einfach, das ist, das finde ich mir, aber auch, da muss man aufpassen, also es ist Scheidung und so weiter, man weiss nie, also vielleicht ist, ja, also, ich sage einfach mal, es gibt viele noch Faktoren, die immer wieder auch in Zukunft anfangen können. Das muss man einfach im Kopf haben, aber, deswegen, für mich ist es einfach ein Haus, oder eine Wohnung, ist für mich einfach, ist einfach, Konsum, also für mich ist das Konsum, das Eigenheim, ja, schon nach Investition, aber jetzt nicht wie in ein Melfamilienhaus, also für mich ist das wirklich, eine Mischung zwischen Konsum und Investition. Also du könntest ja argumentieren, zum Beispiel das iPhone hier, das ist eine Mischung zwischen Konsum und Investition, weil du kannst darauf arbeiten, aber du konsumierst auch in Social Media drauf, das ist nicht ein reines Investment, weisst du nicht mehr? So im leicht übertragenen, da ist so die Grenze nicht so, klar Investment, Konsum, sondern es ist so ein Mischmasch. Ja. Es ist so eine verwaschene Grenze, sage ich jetzt mal, die unklar ist. Und es gibt wahrscheinlich Eigenheimbesitzer, die schauen mehr auf die Rendite und sagen sich, okay, scheiß drauf, das Bad funktioniert noch, egal, wenn es scheiße aussieht, ich lass das noch so, bis wenn ich dann ausziehe, dann kann ich es renovieren, aber es gibt dann halt Eigenheimbesitzer, die sagen sich, hey, das muss geil ausschauen, weil ich gehe da jeden Tag Zähne putzen und dann hauen die das einfach rein, ohne dass sie auf die Rendite achten, weil da sie halt nochmal 30.000 für ein komplett neues Bad ausgeben, wenn sie voll eskalieren. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch so eigene, also so verschiedene Arten von Eigenheimbesitzer. Einheimbesitzer. Ich sage eben, das ist, wie gesagt, ich sage einfach, Mehrfamilienhaus, für mich Investitionsgut, was nicht mehrfamilienhaus ist, für mich ist einfach, nicht um, ist halb konsumativ. Weil es gibt ja auch so viele Faktoren, die da mal spielen. Ich meine, und das gibt es in jeder Einkommenskategorie, ich meine, das gibt es, weil du einfach eine Wohnung willst, du kannst dich knapp leisten, das ist okay, du willst ein bisschen Geld sparen, sage ich mal so, das könnte eins sein, aber es gibt verschiedene, es gibt auch Druck, den reiche Leute haben zum Beispiel. Ich rede jetzt von Leuten, die, keine Ahnung, 20 Millionen haben und so. Ich meine, ich nehme jetzt an, du hast 20 Millionen, das ist ein bisschen unorthodox. Also ein Nettovermögen. Zum Beispiel, ja. Ich mache jetzt eine Hypothese. Du hättest 20 bis 50 Millionen, ein Beispiel, ja. Nehme jetzt an, du willst zur Miete wohnen, du hast aber eine Frau, die weiss, du hast 50 Millionen. Kann sein, dass die sagt, nein, ich will nicht zur Miete wohnen. Ja. Ich habe dich nicht geheiratet, damit ich zur Miete wohne, ja. Ist okay, ich meine, dann müssen die beiden, dann muss sich der Mann und die Frau finden, was ihre Interessen sind. Aber es kann Druck von verschiedenen Seiten kommen, kann sogar von dort her kommen. Also sozialer Druck, letztendlich. Sozialer Druck, ich meine, gewisse Länder schauen die auf sowas. Ich meine, die werden dich zu Hause besuchen und dann schauen, wie du wohnst und wenn du dann nicht entsprechend wohnst, dann, ich glaube, in mehr Emerging Markets ist es mehr so, dann denken sie, vielleicht sagt er nicht die Wahrheit, weil sonst... So fake it till you make it. Genau, richtig, weil die denken einfach, dann traue ich dir nicht, weil sonst hättest du es, ja, ja. Das ist auch was oder auch seitens der Ehefrau, die man vielleicht heiratet oder vielleicht eine tolle Frau, aber sie sagt einfach, ich gebe dir diese zehn Dinge in der Ehe und das ist das, was ich erwarte. Und dann ist es an dir, das zu erfüllen oder nicht. Das ist auch... Das ist auch ein Faktor. Also ein sehr spannendes Thema, da kommen wir jetzt eigentlich, glaube ich, direkt so ins nächste Thema. Also ich bin ja auch, also ich meine, du bist ganz klar Europäer, ich bin halb Europäer oder halb Ungarer, halb Vietnameser, also ich bin Mischling, meine Mutter ist, also asiatisch letztendlich und bei euch ist das ja auch ähnlich und ich finde es immer spannend, ich meine, als ich letztes Mal bei euch gewesen bin, das ist ja auch Multi-Generation, also die Oma von den Kindern, also deine Schwiegermutter, genau, war ja auch oder lebt ja auch dort, das ist so Multi-Generation, das kennt man ja auch so ein bisschen von asiatischen Haushalten, das finde ich immer, wie ist so deine, also deine, ich bin ja als Mischlingskind aufgewachsen, also ich bin eigentlich so in der Position, wo deine Kinder jetzt so sind, wie ist das so von deiner Sicht aus, ich finde das super, super spannend, also mein Dad ist eigentlich in deiner Situation, also Situation, so von, weil das sind andere Kulturen, zwei Kulturen, die schon ein bisschen anders denken, also weißt du, was ich meine, so von Mindset her, es ist schon ein bisschen anders. Ja, ja voll, weißt du, also ich hätte so viele Geschichten dort, meine Frau kommt ja von China, oder? Von Peking und wir haben drei Kids, wir leben alle zusammen und auch die Schwiegermutter wohnt bei uns, was für die Schweiz ein bisschen, sag ich mal, unorthodox ist, ja. Aber in Asiat ist es ja recht üblich, so Multi-Generation Haushalt. Also in Asien ist das, in China ist das absolut normal, das ist eigentlich auch so gefordert von den Eltern, aber auch die Kinder wollen das so, das ist einfach, das wird so gemacht, ja. Man muss auch sagen, in der Schweiz war das auch so, nicht so mega lange her, ich würde mal sagen, bis 1900, ich sage einfach mal bis 1930, 35, vielleicht sogar noch bis die 60er Generation, war das normal, ja. Also da haben die älteste Generation mitgewohnt, ja, weil, ich finde es auch eine gute Kombination, männlich zu sein, also, ich sage mal, die Kinder sagen, jede Geschichte gerne fünfmal, ja, oder, und ältere Personen können die Geschichte gerne mal, fünfmal zuhören, ja, oder auch umgekehrt. Ältere können sie fünfmal sagen, Kinder möchten sie fünfmal hören, ja. Ich finde, das ist so ein Puzzleteil, das ich sehr gerne, dass ich einfach, habe ich jetzt auch nicht darüber nachgedacht, aber das stimmt so richtig. Also, das geht einfach, ich sage dir, das geht ein Hand in Hand, also, von dem her, ich meine, sonst ist einfach, ist die, die Großmutter, die ist dann im Altenheim, erzählt die Geschichte fünfmal, weil der Pflegefachfrau, die sie nicht mehr hören will, ist kein, also, ich weiss, was du meinst, absoluter Respekt für die Person, die es machen, aber vielleicht ist halt auch nicht ihre Oma, vielleicht will sie die Geschichte einfach nicht von jedem einzelnen fünfmal hören. Oder sogar siebenmal. Ja, es sind viele, jeden Tag vielleicht. Und, ja, und ich denke, ich denke, das harmoniert einfach gut, ja, und, ähm, ich bin da recht traditionell, ich denke auch allgemein, dass die älteren Generationen, also wirklich so bis 1950, die haben, die waren extrem erfolgreich, sehr hart arbeiten, ich habe einen riesen Respekt vor denen, also, die haben viel gearbeitet, pragmatische Lösungen versucht zu finden, für ihre Lebensumstände, und, ich sage mal, in Europa, das sind in den 60ern geändert, ja, also 1960, die Pille kam auf, ja, und, ähm, da haben sich viele Dinge verändert, es war die erste Generation, die dann nicht mehr unbedingt mit den Kindern zusammen sein wollte, die erste Zeiten kamen dann auch noch alles mögliche, so. Absolut, ja, klar. Ich meine auch, ähm, es sind so viele Dinge, auch bei den Loans zum Beispiel, bei den Darlehen, oder bei den Hypotheken, früher konnte man zum Beispiel das zum Teil gar nicht belehnen, oder ganz früher, so 1905, vielleicht nur, wenn man jemand war, konnte man überhaupt Kreditwürdigkeit erlangen, ja, also hat man den ersten riesen Einmaleffekt gehabt, dass plötzlich man beledeln konnte, viel Geld wurde kreiert, das hat sofort den Lebensstandard erhöht, das ist aber natürlich Schuld geht auf unsere Generationen, Achtung, sag ich auch mal, die erste Generation, die kreditwürdig ist, hat einen riesen Vorteil, weil sie kreiert Geld, das nicht da war. Und die muss auch nie mehr zurückbezahlen, weil die sind dann schon lange tot. Die geht dann, ja, ja, so überschrieben gesagt, so. Sie gehen einfach wie weiter, weisst du, das Volumen steigt, oder? Irgendwann platzt die Blase. Genau, und in China hat man das nicht, weil in China hatte man eigentlich, ist es wie in China, es ist ähnlich wie man, es ist wie wenn die 1930-Generation jetzt plötzlich 2022 ist und die ist da. Die tickt noch eher wie 1930, ist aber im Jahr 2022. Die 60er-Generation, die wir so kennen, die gab es da nicht. Deswegen sind Chinesen ja eigentlich konservativer, oder? Ich habe gerade letztens das Buch The New World Order gelesen von Ray Dalio, ich weiss nicht, ob du das schon gelesen hast, das ist ein neues Buch. Ich kenne Bescheid. Aber sehr spannend und also erwähnt es im Buch jetzt so nicht direkt, aus einer Andeutung, wenn du zwischen den Zeilen liest, es geht halt immer um, was ist die Weltmacht. Die Weltmacht ist aktuell noch die USA, aber die sind auf einem Falling Trajectory, also die sind nicht am Steigen durch die ganzen Schulden, die sie immer mehr und mehr anhäufen und also durch das Fiat-System und so weiter und ich weiß nicht, das ist mir so vorgekommen, wenn ich das Buch gelesen habe, er hat sehr für China geschwärmt, im Sinne von, dass die Kennzahlen stimmen, das Mindset ist ein bisschen anders, auch die Verschuldung ist nicht so, auch das Wachstum ist noch enorm da und natürlich sind auch viel mehr so Ressourcen in Form von Anzahl Menschen in dem Land, also ich meine, nur schon glaube ich, der ganze Westen sind irgendwie 700 Millionen Menschen und ich meine, China sind das 1,7 Milliarden oder so. Ich glaube, es sind 1,4 Milliarden. Oder 1,4, also das Doppelte einfach, nur in einem Land und eben dann auch mit dieser ganzen Brick-Situation, also Brasilien, Russland, Indien, China, das ist ja auch ein Großteil der Menschheit eigentlich fast letztendlich, die so in diesem, Populationsmäßig in diesem Mindset unterwegs sind oder in diesen, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Denkweisen, das unterscheidet sich ja schon so ein bisschen von so dem typischen Westen, dem US- oder US-geprägten kapitalistischen System. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, also ich kann dir das Buch echt empfehlen und Ich habe Interviews von ihm gehört von Ray Dalio und kennt seine Position nicht so schlecht, ja. Also er sagt letztendlich oder zumindest das ist so, was ich aus dem Buch dann rausgezogen habe, dass zwar die USA jetzt immer noch ein großer Player sein wird und das auch noch länger sein wird, aber dass da doch schon andere, ich sage jetzt mal, Dinge gerade passieren noch drumherum, ja, also rein von wie, also wie, wie wachsen andere Imperien, wenn du jetzt Kapitalismus so USA-geprägt als Imperium an betrachtest, also dieses Mindset, das wäre quasi die, man könnte sagen, zum Beispiel bei den Römen aus Augustus, die quasi Mark Anthony besiegt hat, oder, gab es eigentlich keinen ernstzunehmen Gegner mehr, bei Kaiser Augustus nahm man ja, glaube ich, die Pax Romana, also der römische Frieden, der hat recht lange gewirkt, weil sie einfach unumstritten Nummer eins waren, man nennt eigentlich die Zeit, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg kann man eigentlich sagen, so Pax Amerikaner, genau, genau, im Sinne von den amerikanischen Frieden, als Hegemon durch die Umstände und der Italien sagt einfach, das wird jetzt vielleicht abgelöst durch Asien, respektive China, ich habe da gemischte Gefühle, das ist ein schwieriges Thema, es gibt paar Dinge, die würde ich sagen für China sprechen, aber auch paar, die wirklich nicht dafür sprechen, da muss man auch sagen, also die Population, ich meine 1,4 Milliarden sind viel, Achtung, Indien wird China wahrscheinlich bald überholen in Populationsmengen, muss man wirklich mal sagen, es haben viele Leute nicht auf dem Radar, Indien wächst in der Population extrem und haben eine wesentlich jüngere Pyramide als China, also wie hier die Pyramide sieht eher so aus, Chinas Problem ist sicher die Einkind-Politik, die haben sehr viel ältere Personen auf wenig Junge und glaube ich mehr Männer als Frauen, oder? Absolut. Das ist auch ein großes Problem. Richtig, die haben eigentlich zu viele Männer, weil bei der Einkind-Politik wollten die Leute einfach Männer haben, weil Status, Ansehen, ja, auch für den landwirtschaftlichen Betrieb, weil sie einfach sagen, ja, ich kann dann für mich sorgen, wenn man auf dem Feld arbeitet und so weiter, ja, dann für die Fortführung des Namens und so weiter, also verschiedene Faktoren gab es einfach. Heute übrigens, viele Chinesen ich kenne, die möchten Mädchen haben, weil die Mitgift ist einfach, weil es einfach so viel, also es einfach so viel mehr Männer gibt, wurde eine Frau relativ gesehen wertvoller. Ich weiß, was du meinst, das gesellschaftliche Ansehen sozusagen. Nicht nur, auch das monetäre, weil in China muss man ein Mitgift gebracht werden. Was ein? Ein Mitgift, also man muss ein Geschenk machen. In der Regel wollten die Frauen in China eine Wohnung geschenkt Guck mal, wie der Alex kommt. Ich habe auch so beim Hyratsabtrag gesagt, wohne ich übrigens in Zürich. Also Minimum ein Haus. Eine Million. Also Zürich am See habe ich gehört, oder? Genau, an der Goldküste. Das wird verhandelt. Da wird getroffen wirklich. Aber nicht bei allen. Das ist so grundsätzlich, aber nicht bei allen. Ja, also bei Stachchinesen schon. Also man muss schon sagen, da gibt es Stachchinesen und Langchinesen. Und das ist schon ein Preis. Also da gibt es Faktoren wie Ausbildung. Also das ist ein wichtiges System. Also Ausbildung ist, wie teuer war die Ausbildung der Frau? Was ist die soziale Status? Und je höher das ist, dass du mehr musst gebracht werden. Das kann sein in der Wohnung. Und ich sage nicht nur so, hey, wir haben jetzt zusammen einen gekauft. Die muss wirklich auf den Namen der Frau lauten. Also auf ihren Namen wird das gekauft, ja. Die sind nicht mehr deins und du hast bezahlt. So läuft das. Ja, es ist einfach bei die Frau, es gab wenige Frauen, mehr Männer. Folglich haben einfach die Frauen einfach gesagt, okay, in dem Fall erhöhe ich den Marktpreis für mich als Frau. safe. Krass. Das sind auch viele Faktoren. Auch zum Beispiel hier in der Schweiz gibt es Sozialhilfe und Kinder nicht. Gibt es das doch nicht? Nein, das ist krass. Nein, also von dem her einfach, das ist einfach so, weil die sagt sich auch, okay, ich habe wenig Frauen, dann erhöhe ich einfach den Eintrittspreis, um mich als Frauen zu reservieren, ja. und auch zusätzlich ist ja auch, sie sagt dann auch, ja gut, wenn jetzt der Mann mal nicht mehr nach Hause kommt, dann habe ich immerhin eine Wohnung. Das heisst, ich habe dann eine Wohnung, die habe vielleicht wenig oder keine Schuld mehr und ich muss dann nur noch für mich und mein Kind sorgen. Und das ist ihre sozial, abgesicherte Sozialfürsorge. Also privat dann letztendlich, also private Vorsorge. Lustig, das ist eine privat wirtschaftliche Lösung für ein soziales Problem. Die sagt sich halt einfach, das mache ich so, oder? Ich habe quasi die Sozialhilfe dann, weil er ist dann weg und für sie ist das dann tragbar. Sie geht den Tag über arbeiten, die Eltern schauen zu den Kindern und sie kann dann das Essen verdienen. Das finde ich mega krass. Wenn er nicht mehr nach Hause kommt. Das war mir gar nicht bewusst, dass du Transaktionen, also klar, wenn du heiratest, auch hier, das ist schon ein gewisses Transaktionell, du unterschreibst, hier, da, das ist schon ein Vertrag, aber dass es dann so krass Transaktionell werden kann, dass man letztendlich, okay, hier dann die Immobilie, das ist schon, also das ist verrückt, aber das sind halt andere, also vielleicht glaube ich, hier wäre das so, manchmal so undenkbar, so kulturell gedacht. Heute schon. Klar gibt es das schon. Heute schon, ja. Ja, aber ich meine jetzt, aber das ist, das muss nicht unbedingt heißen, das ist schlecht, das ist einfach eine andere Ansicht, eine andere Zeit. Ich denke, damals war das in Europa genau gleich oder ähnlich. Ich glaube, 1910 war das ähnlicher. Oder sogar davor auch noch, meint ich. Ich glaube, das war sogar die meiste Zeit eher in diese Richtung. Ich glaube wirklich, dass wir mit der 1960er-Generation einfach diese Nachkriegsgeneration einfach so im Kredit bekommen haben. Man war lehnbar. Der Arzt heiratet die Sekretärin. Ja. Ich habe viel über solche Dinge gelesen. Also auch, ich meine zum Beispiel, früher hat zum Beispiel ein Adeliger hat mit einem anderen Adeliger geheiratet, ja. Ein Bäcker, eine andere Bäckersfamilie. Also man hat er in seiner Hierarchiestufe geheiratet. Das hat sich, glaube ich, in den 60ern hier durcheinander gemischt. Das ist einfach, der Arzt heiratet die Sekretärin. Wir wissen auch nicht, wie das in Zukunft sein wird. Ich meine, gewisse Daten zeigen auch wieder, dass zum Beispiel Männer sind heute in der Regel eher offener nach unten zu heiraten. Ja, das hat sich dann mit der Zeit entwickelt. In den 60ern und so weiter. Also quasi eine Sekretärin. Das ist ein Klassiker. Oder Arzt mit Arztgehilfen, ja. In den 60ern. Die Frauen werden heute stärker. Auch beruflich. Und Frauen sind statistisch gesehen dazu weniger bereit. Also eine Ärztin heiratet lieber einen Arzt. aus dem männlichen Arztgehilfen, ja. Es ist einfach, ich sage es nicht, es ist einfach so, wie es Studien kommen oftmals auf diese Resultate, ja. Und ich habe Artikel darüber gelesen, dass zum Beispiel die, wie besser ausgebildet die Frauen sind, wenn sie auf der ähnlichen Stufe heiraten. Das heisst, die übrig gebliebenen Männer müssen dann auf der übrig gebliebenen Stufe heiraten. Das heisst, dass eigentlich die Welt sich wieder zurückbewegt, eher in Richtung 1920. Das heisst, der Ärztin hat dann den Arzt, die weibliche CEO, einen männlichen CFO oder was auch immer, ja. Und dass sich das wieder eigentlich wie anders entwickelt. Ich weiss, was du meinst. Was ich meine. Naja, und das ist so meine These, ich weiss nicht, ob die stimmt. Interessant einfach. Das habe ich mir auch schon oft überlegt. Ich glaube, weil ein Mann sich tendenziell mehr über das definiert, was er macht, also seinen Beruf, seine Tätigkeit und die Frau sich tendenziell, ich will nicht verallgemein, aber tendenziell eher über das Aussehen definiert. Und der Mann auch eher auf das schaut und die Frau auf das schaut, was der Mann macht. Ja, verstehe ich. Also ich glaube, das kann sehr viel, glaube ich, damit zusammenhängen. Und ich meine jetzt nicht, also das ist jetzt nicht wertend, sondern einfach, das sehe ich öfters. Also so, weil sehr oft geht es nicht um, oh, der Mann, der sieht richtig geil. Weißt du, was ich meine? Er macht das, das, das und boah, der ist voll, die ist das. Und so tendenziell bei der Frau, boah, die sieht richtig. So weißt du, was ich meine? Ich verstehe genau, was du meinst. Auch wenn es oberflächlich klingt, so. Genau, richtig. Also ich habe dann, ich habe eben auch in diese Richtung gelesen, ich fand es echt interessant. Und das Fazit von diesem Artikel war eigentlich, dass Gleichstellung zwischen Mann und Frau, Gleichstellung zwischen Mann und Frau kann sein, dass die Gleichstellung zwischen Mann und Frau höher ist, aber dadurch die Ungleichheit in der Welt zunimmt. Frau ist also wie gleicher wie der Mann. Genau, ja. Und dann, sie ist verdient mehr, orientiert sich auf ihrer Stufe, das heißt, der übrige bliebene Anteil auf seiner Stufe und das heißt, Gleiches zu Gleichem. Das heißt, die Gleichheit bei den Geschlechtern führt zu einer Ungleichheit im Resultat in der Gesellschaft insgesamt. Ja, genau. Und weil du halt dann immer wieder Leute hast, wie damals, wenn sich Gesellschaftsklassen immer nur untereinander bewegen, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die dann auch Kinder haben, dass die wirklich höher kommen, ist deutlich schwieriger, weil du halt andere Dinge beigebracht bekommst in der Erziehung, vom Mindset her oder auch andere Bildungsmöglichkeiten hast und so weiter. Das sind wahrscheinlich also Ripple-Effekte, die du fast kaum nicht auf einen Punkt zuweisen kannst. Das ist der Grund, sondern das sind dann wahrscheinlich viele Gründe, die aufeinander treffen. Aber spannend. Einfach, weil der Mann früher einfach gegen unten gereihrt hat, hat böse gesagt. Oder weil es gab halt vielleicht 1960 gab es nicht so viele weibliche CEOs oder Chefs. Das heisst, der Mann hat die Arzt gehälter und hat einfach geheiratet. Es gibt so mega viele interessante Artikel. Ich finde es mega interessant, auch zum Beispiel mathematisch. Ich finde es mathematisch interessant. Nehmen wir jetzt mal an, alle Männer würden automatisch 12.000 verdienen, alle Frauen nur 1.000. Also sagen wir mal, alle Männer 11 und alle Frauen 1.000. Würde jetzt die Frau aufhören zu arbeiten, verliebt die Familie bei der Gründung nur 1.000. Sie schaut für die Kinder, er bringt ihm noch 11 nach Hause. Das heisst, die Familie hat dann 11. Weisst du, ich meine? Das ist nicht schlecht. Würden wir jetzt sagen, der Kuchen wird nicht grösser, aber jetzt verdienen einfach beide 6. Wenn sie jetzt nicht arbeitet, werden 6 verloren gehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Familie hat dann einen viel kleineren... Genau, wenn die Kuchen nicht wächst. Aber dafür kann man aber sagen, umgekehrt, das hast du jetzt ja heute teilweise immer mehr, dass du so Stay-Home-Dads hast, die könnten gar nicht zu Hause bleiben, obwohl sie wollen, weil die Frau dann nur 1.000 verdient. Das ist dann so ein Zwangweise, die Frau müsste zu Hause bleiben. Einfach halt, weil das System so aufgebaut ist letztendlich. Also ich glaube... Absolut. Es ist einfach interessant, ja. Also ich finde es auch super interessant und ich glaube, das... Also ich glaube, da gibt es halt nicht so dieses Gleich-Gleich-Stellen. Du kannst es halt nicht... Also es können halt nicht alle Perfekte gleich... Das geht halt nicht. Das funktioniert gar nicht. Weißt du, was ich meine? Also das ist gar nicht... Weil jeder hat seine Eigenschaften, jeder hat seine Eigenheiten, jeder hat seine Stärken, Schwächen und du kannst, egal ob du jetzt Mann oder Frau oder irgendein anderes Geschlecht, ja, in einen Job reinpackst, oder in eine Tätigkeit reinpackst. Selbst wenn sie dieselben Skills auf Papier haben, wird es trotzdem Variablen geben, dass der eine trotzdem effizienter ist oder die eine effizienter ist, je nachdem. Und da bildet sich dann, okay, darum verdient der mehr oder die mehr und der weniger. Weißt du, was ich meine? Also das ist praktisch... Also es ist unmöglich, dass du so eine Perfektheit schaffst. Und du wirst halt immer am oberen Ende Leute haben, die deutlich mehr verdienen, egal ob Mann oder Frau. Und gegen dem unteren Ende Leute haben, die weniger verdienen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, nicht abwertend gemein, aber zum Beispiel, wenn ich Regale einräume im Supermarkt. Das kann halt, also das kann ein 15-Jähriger machen, wenn du ihm zeigst, hey, mach das, du musst nicht viel können, das Gleiche zum Gleichen und ja, kannst es nachfüllen. Aber zum Beispiel, programmier jetzt mal eine neue API-Anbindung für das E-Commerce-Business. Und dann gibt das mal einem 15-Jährigen und der sagt dann, ja, keine Ahnung, ich habe selber auch keine Ahnung und ich bin nicht 15. Also übertrieben gesagt. Das heißt, also das ist dann ganz klar, dass der dann deutlich, deutlich exorbitant mehr verdient, weil er dann auch letztendlich, ist ja mal viel schwierig, nicht unbedingt ein besseres oder wichtigeres Problem, aber ein deutlich komplexeres Problem lösen kann, als einfach Dinge ins Regal stellen und wieder auffüllen. Das brauchst du natürlich auch. Auch wenn es vielleicht irgendwann wegrationalisiert wird von Robotern oder so, aber das braucht es auch, weil sonst können wir auch kein Essen kaufen zum Beispiel. Absolut. Ich denke, bin ich auch dabei, also ich denke, die Resultate-Gleichheit ist nicht erstrebenswert. Ich denke nur, die Gleichheit vor, und ich würde sogar sagen, nicht einmal unbedingt die Chancengleichheit, weil das gibt es nicht. In gewissen Teilen ist die Chancengleichheit okay. Man wird sie nie komplett haben, weil du bist anders groß als ich, ich bin kleiner als du und so weiter. Da würden andere Leute anders argumentieren, aber ich bin da voll bei deiner Seite. Ja, ich verstehe. Meine Meinung ist das so. Manche sind prädestiniert für einen Boxer, andere für einen Basketballspieler, andere für einen Rechner und so weiter. Ich denke, man muss auch nicht alles können, man muss einfach schauen, wo sind die eigenen Stärken. Und ich denke, für mich ist wichtig, die Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist für mich fast die einzige Gleichheit, die notwendig ist. Aber nochmal zum Thema mit China, finde ich nochmal interessant, einfach nochmal zurückzukommen zu dem Thema. Wie gesagt, ich denke, die haben viele Vorteile von der Bevölkerung, sind durchgross, sie sind auch sehr leistungsorientiert, die Chinesen allgemein, ich mag das auch an denen. Es ist angenehm, mit ihnen zu arbeiten, sie wollen vorwärts machen, sie wollen was erreichen, haben auch, sind sehr lösungsorientiert auch im persönlichen Gespräch. Also, da geht es nicht unbedingt ums Prinzip, sondern dass man einfach, okay, das muss jetzt gemacht werden, wir finden jetzt eine Lösung. So pragmatisch einfach. Sehr pragmatisch, weil die konnten gar nicht anders vorwärts kommen. Die hatten ja noch richtig langen Kommunismus und dann wurde das ja aufgemacht, der Markt und dann ging es richtig ab. Ja, das ist, das ist ja ein halb geöffneter Markt. Ja, aber ich meine, es war ja komplett geschlossen und das war dann absoluter Horror und Armut und dann haben sie aufgemacht und das Ding ja explodiert über die Jahrzehnte, das meine ich einfach. Es ist so. Also, der Wohlstand im Schnitt letztendlich. Genau, also es war eigentlich so, dass es war geschlossen, das Land, oder? Und, typisch, also wirklich starker Kommunismus, das war auch nicht unbedingt erfolgreich, ja. Unter dem Druck, sie konnten dann eigentlich erst denken, sie konnten das öffnen, nachdem Mao gestorben ist und hat das auch nur für ausgewählte Regionen geöffnet, zum Beispiel Shenzhen und so weiter. Also gewisse Regionen und die wurden auch zu den stärkst wachsenden Regionen und dann erst die Regionen, die Nachbarregionen dieser Regionen und dann weiter Land in Wärts. Aber das Wachstumgewicht von diesen, je offener, desto mehr Wachstum war es, desto erfolgreicher und das hat sich dann eigentlich bewährt. Im Moment geht es ein bisschen zurück, muss man ganz klar sagen, also das ist wahrscheinlich, das merkt jeder ein bisschen, es wird ein kommunistischer aktuell in China. Und ich glaube, das ist auch das grösste Risiko, sie haben viele Chancen von der Ausbildung, der Ehrgeiz, ich glaube, der Wille der Chinesen ist gross, haben das Problem mit der Bevölkerungspyramide, zu wenig Kinder, haben nur eins und wenn eine ganze Generation, ist auch eine psychologische Frage, erstens, die ganzen finanziellen Ressourcen gehen auf ein Kind. Das heisst, jeder, der jetzt mehr als eins hat, fühlt, er würde seinem ersten Kind Unrecht tun, weil alle anderen haben so viel als eins und du kannst dann nicht das Gleiche bieten auf zwei, drei und die fühlen sich dann schlecht. Das ist ein Psycholog. Du meinst die Eltern jetzt oder die Kinder? Oder beide? Ja, die Eltern vor allem, würde ich sagen. und das ist ein Nachteil, es wird schwierig, das zu überwinden. Und auch, und zusätzlich auch, wenn du, stell dir mal vor, du bist ein Einzelkind und jeder, praktisch jeder, den du kennst auch, du findest das richtig komisch, wenn dann jemand mehr als kein Einzelkind ist. Ich kenne viele Chinesen, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, mehr als ein Kind, weil es ist total komisch. Das muss psychologisch auch geblieben werden. Ich glaube, bei uns ist es umgekehrt. Tendenziell. Also ich bin Einzelkind und ich kenne fast niemanden, der Einzelkind ist. Siehst du, hier ist es umgekehrt. Bist du Einzelkind? Ich bin kein Einzelkind. Also niemand hier im Raum, außer ich, ist jetzt Einzelkind. Das finde ich ultra, also es sind wirklich, es gibt, aber eben es sind wenige, also zum Beispiel hier in der Schweiz. Die meisten sind es wenige. Eher weniger, ja. Also fast jeden, den ich kenne, 90 Prozent der Leute, mindestens ein Geschwister, meistens so drei. Zwei bis drei ist so der der Sweet Spot hier irgendwie. Total. Und in China, in China müssen sie es eben durchbrechen. Also im Moment ist die Regierung in China total abgewichen. Die ist gegangen von wegen, ja nur noch ein Kind und wenn es mehr ist, wirst du gleich bestraft oder wirst nicht mehr befördert und so weiter. Es gab Maßnahmen. Echt? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Beim Staat zum Beispiel kann es sein, man wurde entlasten oder man wurde nicht befördert also aus Strafe oder Geldzahlungen und so weiter in gewissen Regionen, Gefängnis, ja. Und heute ist es umgedreht. In China sagen sie, hey, du musst mehr Kind, mehr als, also quasi. Gibt es Bonuspunkte? Es gibt total Bonuspunkte. Es gibt, es gibt, Social Credit plus 1000. It's over 9000. Social Credit. Nee, es ist wirklich so. Für jedes Kind gibt es Bonuspunkte. Es gibt so einen, es gibt einen guten Tweet von jemandem, der wurde ein Celebrity, der hat, glaube ich, zwei oder drei und der wurde richtig fertig gemacht, deswegen. Und dann hat sich das Gesetz dann geändert und jetzt will der Staat, man hat mehr als eins und dann hat er so getweetet, so, okay, weiss ich nicht, was man in China hat und er so, what? Er wusste, ich bin zu spät gewesen, jetzt werde ich voll der Held. Ja, er wäre auch wirklich voll der Held. Also in China ist es extrem. Die geben, mittlerweile geben die Geldprämien, wenn du Kinder hast. Du wirst also in der Presse, oh, der hat mehr als ein Kind und so ein bisschen klatschen. Ah ja, und das ist auf allen Lebenden oder auch zum Beispiel, die haben, die wollen auch, dass der Mann extra potent ist, also im Sinne von, sie verbieten in China, dass man weiblich aussieht, Ohren, Ohren, also quasi Ohrenringe darf man nicht tragen und so quasi, es gibt so einen Druck, hey, Du bist entweder männ, also männlich oder weiblich, aber nicht so, nein. Du bist kein femininer Mann. Genau, was von Korea so ein bisschen gekommen ist, so ein bisschen in war, das war zusammen die Pöden eigentlich verboten, direkt, also implizit. Achtung, das ist auch wieder ein Thema, sag ich mal, Freedom of Speech, ja, es wird nicht implizit, es wird nicht extra verboten, es wird implizit verboten. Viele Leute denken, Freiheit wird nur beschränkt, indem man Verbote explizit macht, das haben auch viele Leute hier, stimmt nicht, in China ist vieles nicht explizit verboten. Das ist einfach gesellschaftlich nicht akzeptabel. Nein, nein, es ist, die Regierung macht eigentlich klar, indirekt, was ihr gefällt und es liegt dann an jedem, das eigentlich zu, die Message zu bekommen, zu interpretieren und dich selbst zu verändern. Also es ist, der Staat sagt, was er gerne hätte und erwartet von dir selbst, dass du es änderst. Also er will eigentlich so diese gesellschaftliche, sage ich jetzt mal, Norm zu bestimmen. Richtig, genau. dass sie natürlich kommt von der Gesellschaft, sondern er sagt, hey, das ist jetzt neu, die gesellschaftliche Norm, zwar kein Gesetz, aber das sollte man schon so wirklich befolgen sozusagen. Die sagen quasi, was ihnen gefällt, so andeutungsweise, mehr oder weniger deutlich. Je deutlicher, desto aufpassen musst du es mehr. Du wirst immer noch apportiert und dann bist du eine Woche weg. Genau, zum Beispiel so, wenn du ein Mann bist, du hast einen Moderator, machen diese Andeutung, wie sie es gerne hätten, also nicht mal zu dir direkt, das ist einfach eine irgendeine Institution, ja. Du musst es wie merken und es kann einfach sein, wenn du dann, keine Ahnung, mit deinen zwei Ohrstecken kommst und Make-up als Mann. Wenn die Message so und dann so, sie hat dich verpasst und dann… Genau und dann ist es einfach so, dass einfach deine Show wird nicht verlängert. Verstehst du? Es gibt kein Gesetz. Also du wirst gecancelt auf gut Deutsch so? Im Prinzip schon, ja. Du wirst einfach, dein Vertrag wird nicht verlängert und das betrifft Männer und Frauen zum Beispiel, eine bekannte Moderatorin, so quasi, einen Tag später hat sie den Rock an. Also so den nächsten Tag quasi, nach dieser Message. Und lange Haare. Aber ich meine, das kann ich… So läuft das eigentlich. Das ist halt, ich sage es jetzt mal so wie so, hier haben wir ja Cancel Culture und das kommt von der Gesellschaft selber. So, wenn du irgendwas nicht Akzeptables gemacht hast, wirst du einfach komplett von allen, auch von Firmen gecancelt, mit denen du zusammenarbeitest. Stimmt zum Teil. Oder halt von Personen gecancelt, whatever was. Da ist aber in China einfach der Staat, der dich cancelt, weil er so viel Einfluss hat, sagt einfach diesem Fernsehsender, so hey, guck mal, den müssen wir jetzt weghaben, der passt nicht mehr und dann wird der Vertrag nicht mehr verlängert. Also so in dem Motto wahrscheinlich. Es ist nicht mal, dass der Staat dich cancelt. Er sagt, wie er es gerne hätte. Ein Privater. Du bist zum Beispiel bei einem Vertrag unter einem Privaten. Der wird dich canceln. Ja, das verstehe ich schon, aber aufgrund, weil der Staat etwas gesagt, also stimmt hat. Das ist ja nicht der private Sender, der sagt, dass das so sein muss. Nein, genau. Der Staat sagt, in welche Richtung geht es. Und sonst wird der Sender gecancelt auch noch direkt, wenn er das weiter durchzieht. Oder er wird nicht mehr begünstigt. Ja. Im Prinzip, ja. Also im Prinzip, ja, es läuft einfach so, der Sender merkt dann, oh, das ist die Richtung. Der Moderator muss das eigentlich wie schon erkennen und das wird so ein bisschen, so läuft das. Also ist schon... Da wird der Geldhahn zugedreht. Oder? Ich würde nicht mal, ja, kann sein, du wirst nicht mehr befördert, wird zugedreht, wirst nicht mehr gesendet. Es geht mehr in diese Richtung, würde ich sagen, ja. Was auch noch hier ist, zum Beispiel, ja, jetzt nimmt der Druck da, dass man mehrere Kinder hat. Also zum Beispiel, Männer müssen männlich sein, zum Beispiel in China und auch übrigens, weil wir ein bisschen bei Gaming sind, ja, in China haben sie auch die Zeit beschränkt, wo man gamen kann, weil sie finden, man gamet nicht so viel, ja. Und ich glaube, es war noch mal, wie viel? Zwei, nach neun Uhr war es, glaube ich. Ja, und am Wochenende. Ich glaube, ein Tag am Wochenende warst du. Und du musst dich biometrisch oder mit Cam verifizieren, ansonsten. Zum Beispiel, Diablo Immortal, das ist auch so ein Spiel, was ich und Alex gespielt haben, da ist auf dem chinesischen Client eigentlich schon so ein Face-ID-Scanner drin, weil du es auf dem iPad auch spielen oder auf dem iPhone oder auf dem Android spielen kannst. Und da wird dann gescannt, wer du bist, wird das abgeglichen mit der Staatsdatenbank, so, und das ist jetzt die Person und darf der jetzt spielen? Ja, nein. Oder wie alt ist die Person? Und wenn sie halt jung ist und minderjährig, dann ist sowieso, dann gibt es nur diese Stunden-Slots und du darfst auch nur so viel pro Woche spielen. Das ist halt schon sehr heikel. Total. Und der Grund, warum sie es machen, ist eben, viele Leute verstehen nicht, warum sie das tun. Die checken einfach, warum macht der Staat das? Es geht darum, die wollen eigentlich, dass du ein Mann wirst und Kinder machst. Und das ist der Grund. Die wollen, dass du Geld verdienst, weil ohne Geld verdienen wirst du die Frau nicht bezahlen können, wo wir zum anderen Thema wieder waren. Du brauchst das Geld, um die Frau zu bezahlen und danach kannst du erst Kinder haben. Die wollen eigentlich, mach vorwärts, hab Kinder, dann bist du ein Mann. Ende. Also, was ich halt krass finde, ist, also ich meine, wir machen das hier in der Schweiz oder auch in anderen Ländern nicht unbedingt anders und zwar Subventionen sind letztendlich auch nur Dinge, um gewisse Menschenmengen in gewisse Richtungen zu bewegen. Einfach als Beispiel, du bekommst, wenn du Kinder bekommst, auch Kindergeld. Klar, das ist jetzt nicht die Welt, aber das wird schon einen gewissen Impact haben at scale. Also, ich meine jetzt nicht, dass das auf Individuen einen Impact hat. Hey, wenn ich jetzt Kinder bekomme, bekomme ich 200 Franken pro Monat. Das wird es nicht sein, aber at scale, wenn du Millionen von Menschen halt hast und du hast irgendwelche Subventionen oder irgendwelche, ich sage jetzt mal, Cashflow-Ströme, die irgendwo hingehen, das verursacht was. Auch wenn es vielleicht nur 5% höhere Geburtenrate ist, nur wegen dem jetzt zum Beispiel at scale. Und das machen wir ja nicht anders. Wir machen das, glaube ich, einfach nur viel subtiler und viel freiwilliger und vor allem nicht aufs Negative bezogen. Wir fördern was, aber wir punishen etwas nicht so heftig. Weisst du, wie ich meine? Genau, diese Effekte hast du überall, also eben diese Subventionseffekte oder Erförderungseffekte, die haben wir hier und die haben sie auch. Aber wir bestrafen bewusst nicht dann solche Sachen. Sie bestrafen ja dann schon so, du siehst jetzt so aus und du wirst jetzt dadurch eigentlich bestraft, letztendlich in deiner Karriere oder whatever und das wäre hier mittlerweile undenkbar. Dann wird die Person, die jetzt da versucht, irgendwie zu bestrafen, komplett gecancelt und dann noch irgendwie wegen Rassismus, Genderismus, was weiß ich noch, angeklagt und dann, weisst du, was ich meine? Es gibt schon Leute, die werden hier auch gecancelt, muss ich zwar schon sagen. Also ich denke schon, gewisse Meinungen, ich glaube schon, die Redefreiheit hat hier abgenommen, ja. Ja, das ist, ich glaube schon, dass eben, ich glaube, viele Leute hier in Europa, die wissen einfach nicht mehr genau, was eigentlich eben heißt, Redefreiheit. Und dass eben das gecancelt werden, das ist eben schon eine Art von Zwang und das haben wir ein bisschen verlernt und da sind wir näher bei China, als wir uns das wollen und ich weiss nicht, ob das gut ist, ja. Aber auch, ich finde es einfach, die Implikationen so interessant oder auch zum Beispiel wieder um den Kreis zu schliessen zum Hauskauf der Frau bei der Heirat. Das ist auch ein Grund, weil viele Chinesinnen, die wollen oder auch viele chinesische Familien sind nicht so glücklich, wenn sie jemanden heiraten, der nicht Chinese ist, weil sie wissen, der weiss eigentlich gar nicht, der wird kein Haus kaufen. Erstens haben die das Geld meistens nicht, ja. Die chinesischen Männer bekommen das meistens geschenkt von der Grossmutter und ich weiss nicht, ob die meisten Grossmutter hier, die würden das jetzt nicht so uns geben und sagen, hier für deine Frau, oder? Und die wissen, es ist nicht zu holen und von dem her sind auch von einem gewissen Stand Chinesen nicht bereit, einen europäischen Mann zu heiraten aus einer gewissen Reichtum, ja. Und das ist eine geschlossene Gesellschaft und das ist eigentlich ja, man könnte sagen, Rassismus gegen Weißentas. Ja, es ist ja dann sehr homogen, das ist ja auch in anderen asiatischen Ländern wie Japan ja auch so, dass man halt, aber ich glaube, das ist ja allgemein so, also wenn du jetzt auch die Schweiz zum Beispiel nimmst, klar, du hast hier vor allem in Zürich auch Multikulti, aber du merkst halt schon auch, dass aufgrund von Religion, aber auch von wo du kommst, sich dann auch Gruppenbild und du tendenziell, nicht allgemein, aber tendenziell eher mit deinen Peers unterwegs bist, wo auch dieselbe Muttersprache allenfalls gesprochen wird, also diese Tendenzen hast du glaube ich schon immer, weil ich glaube, der Mensch halt so tribe-mäßig gestrickt ist, also biologisch auch. Ich glaube schon, auf der einen Seite absolut, bei den Chinesen ist da wirklich, habe ich eine monetäre Sache auch. Also ich glaube wirklich, dass wir aufgewachsen sind, 1960, da ist einfach Europa und Amerika, auch wieder Italien, unser Nummer eins eigentlich und man ist überall willkommen und das hat sich, ist auch nicht mehr automatisch so. Ich glaube, das ist heute auch ein bisschen weniger als früher, also das ist dann schon auch so, oh, ein Europäer, muss das jetzt sein? also das sind Effekte, den hast du. Bei gewissen, zum Beispiel bei Chinesen gibt es das durchaus, ja, also das findest du nicht so cool, unbedingt so in Schweiz, nein, Schweiz muss das jetzt sein. Das kann man sich schlecht vorstellen, also es ist einfach, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Das ist anders. Von dem her, ja, also auch wieder zur Brücke zum Ray Dalio, ich meine, man ist nicht mehr so stark wie früher, andere Länder kommen stärker, das muss man auch wieder bei den Aktienkursen einrechnen, das hat einen Effekt, was das ausmacht. Also, was ich mir manchmal so, ich weiß nicht, das ist so, das ist dann schon so ein, ich sage mal, da bewegt man sich schon fast aufs Glatteis, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist zumindest nur meine persönliche Auffassung, dass ich mich auch mit eingeschlossen, wie hier in Europa allgemein, in Großteilen von Europa oder im Dachraum oder auch in den USA teilweise, sehr verweichlicht sind. Also wirklich, ähm, so, ja, ich kann nicht mehr in Urlaub gehen, oh, das ist ja so schlimm, das ist ja, unmenschenwürdig, also so übertrieben gesagt, weißt du, was ich meine? und ich denke mir also, ich bin halt noch ein bisschen anders aufgewachsen, ich war zum Beispiel auch noch nie mit meinen Eltern so richtig im Urlaub, sondern nur bei den Großeltern, noch nie im Hotel, solche Geschichten halt und, ähm, also mittlerweile könnte ich es natürlich so, ja, aber damals wäre das finanziell nicht möglich so gewesen, wo ich auch, also noch Kind gewesen bin und, also ich habe so das Gefühl, dass viele so richtig so von diesem, sagen wir mal, diesem ganzen Luxus verweichlicht worden sind und wenn es dann heißt, okay, man muss jetzt halt mal 5, 10 Jahre, 60, 70, 80 Stunden arbeiten, heißt dann auf einmal einfach, ja, das ist doch kein Leben, du kannst doch nicht wie ein Ochse hier, keine Ahnung was machen und das wäre, glaube ich, vor, ich sage mal 50, 60, 70 Jahren völlig normal. Ja. Und ich habe, ähm, bei der NZZ gerade heute, äh, auf Instagram einen Post gesehen, da war ein Bauarbeiter, der ist vor 30, 40 Jahren hier ausgewandert mit seiner Familie, also das ist ein, also der ist woanders, äh, ich weiß nicht mehr wo, aber der ist einfach zugezogen in die Schweiz und da hat halt NZZ gefragt, ja, wie ist das hier, hitzefrei, dies, das und, äh, dann sagt er halt einfach, ja, ähm, hier in der Schweiz, hier geht es um Resultate, es geht darum, wir wollen, ähm, die Arbeit muss erledigt werden, termingerecht und so und um das geht es in der Schweiz fertig und dann sagt, im Interview sagt er, ja, ich passe mich da an und ich liefere das einfach und ich denke mir so, klar, das ist so Old Generation, das könnte auch mein Dad sein, 60 Jahre alt oder so oder 50, 60 Jahre alt, heute, du hättest einen in meinem Alter, der in so einer Situation ist, der denkt so, oh, ich kann nicht mehr arbeiten, ich bin, das geht doch gar nicht oder der wäre schon zusammengeklappt, keine Ahnung, was weiß ich was und, oh, diese Arbeitszustände, das geht doch nicht, da muss doch irgendjemand was machen, der Staat, der soll hierher kommen, ja, und, ähm, weißt du, wie ich meine, also, ich weiß genau, was du meinst, ähm, also, ich habe, ich habe mal, ich glaube, in einem, in einem Episode hast du mal drüber gesprochen, wie du aufgewachsen bist mit dem Urlaub und so, ich mache mich da hin, du hast wenig Urlaub gemacht und so ein Winter. Also nur zu den Grosseltern. Zu den Grosseltern nach Ungarn, glaube ich auch. Genau, ja, that's it. Das habe ich gesehen, ähm, ich finde das mega faszinierend übrigens, also echt, ich respektiere das total und auch, ähm, ich finde das auch, mit der Verweichlichung, ja, und, ähm, im Sinne von, ich war ja in China eine Zeit lang, ja, und ich habe schon vorher, glaube ich, okay, hart gearbeitet, aber, als ich in China gewesen bin, und ich habe dort gearbeitet in China. Ich finde es übrigens mega einen Unterschied, ob man nur als Tourist wo ist, oder man arbeitet. Das ist ein riesen Unterschied. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, das kann total cool sein, zum dort Ferien machen, aber sobald du dort arbeitest, ist das ganz anderes, ja, und in China war das gleich, und, ähm, und ich habe mir damals gesagt, hey, weisst du was, ähm, ich habe auch so gemerkt, wie so der Flow ist dort, und ich habe dann auch, ich habe überlegt, in China zu bleiben. Es war nicht klar, dass ich wieder zurück in die Schweiz komme. Ich würde auch in China leben. Heute mit der Regierung, heute, weniger gerne, ganz ehrlich. Ich sage es wirklich gerne. Und auch die Eigentumsverhältnisse, also, man kann nicht unbedingt behalten, was man verdient hat dort. Echt jetzt, also, Gefahr, Enteignung ist potenziell da. Enteignung ist riesig. Also, ich würde sagen, die Frau, quasi meine Frausfamilie, die wurde sicher dreimal enteignet, in einer Lebensspannung. Also, man gibt, man kann direkt enteignen und indirekt enteignen. Es gibt beides, ja. Also, es gibt, entweder, ich nehme es jetzt einfach direkt weg, ja. Es gibt aber auch im Sinne von, quasi, du machst eine Arbeit für den Staat und der sagt dann, okay, genau, nach zwei Millionen, die du investiert hast, ich meine, der Vertrag lautet, er zahlt dir dann drei Millionen oder was auch immer. Der zahlt dann einfach nicht. Ja. Und der sagt, verklapp mich doch. Und, das kannst du leider nicht tun, weisst du, weil du verlierst. Ja, klar. Du wurdest jetzt gerade enteignet und hast nicht gemerkt, weil eigentlich mal hast du alles gegeben, du hast alles investiert und hast null bekommen. Das ist die indirekte Enteignung eigentlich. Das geht dort und du kannst nichts dagegen machen. Ganz normal. Ja, wo willst du klagen? Ja, also es ist bis zu einem, als Unternehmer gewächst, du bist zu einem gewissen, so ein bisschen, sag ich mal, Level und ab diesem Level geht es in die Politik. Da schafft es jeder Zehnte. Fünf werden den Schritt gar nicht machen, weil es ihnen zu risky ist und, sag ich mal, vier, fünf werden einfach gepflückt. Das heisst, ihnen wird es dann transferiert, ja. Es geht eigentlich immer von, deswegen mag ich Unternehmer lieber als Politiker, weil eigentlich, der Unternehmer, man sagt, die bestechen, ja, ja, klar, aber er muss bestechen, ja. Der Politiker, der bekommt was, der macht aber nichts für das Glas. Es ist einfach, er bekommt es einfach, der Unternehmer macht das Glas, ja. Das Glas wird einfach teurer um die Bestechungssumme. Ja. Aber, anyway, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen aufgedrückt, so waren wir, sag ich mal. Das ist alles, alles super, super spannend. Ah, beim Weichheim. Ja, aber. Nee, nee, das passt. Also von dem her, ich war in China und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich jetzt so, wenn ich wieder zurück in die Schweiz komme und so hart arbeite wie ein Chineser, auf gut Deutsch, da habe ich mir gedacht, wie viel, was könnte ich erreichen? Und, ich habe dann das einfach gemacht, ja. Und das, das habe ich bei dir auch gespürt, als ich das Video gesehen habe. Ich dachte, Thomas, wenn der, wenn der Herr hat erarbeitet, dann wird er es einfach machen, ja. Und er wird es schaffen. Und das Gleiche, und ich glaube, in der Schweiz ist es gleich. Also ich glaube, wer will und wirklich, sag ich mal, in China ist es normal, zu arbeiten bis 9 Uhr, sechs Tage die Woche. Würdest du das in der Schweiz machen, es kann dir gar niemand stoppen. Es ist gar nicht möglich. schnull, wenn du aus Mauer im Stundenlohn arbeiten würdest, ich glaube, du würdest echt vorwärts kommen. Also ich, wirklich, also ich bin da überzeugt. Ich glaube, die wenigsten wären bereit, das zu tun. Oder zumindest, ich kenne wenige Leute, die das, äh, also so machen. Also ich kenne, also es gibt natürlich, aber so, so dieses, dieses Mindset, oder einfach so dieses, dass man wirklich hustelt und jetzt, ich sage jetzt mal, nicht jeden Freitag rausgeht, nicht jeden Samstag rausgeht, also Usgong oder was auch immer und, oder eben mal zwei, drei Jahre auf Ferien verzichten oder, ob es jetzt finanzielle Gründe hat oder einfach, dass man diese Zeit fokussiert auf irgendein Projekt. Das ist, so dieses Gedankengut ist einfach grundsätzlich nicht mehr da. so dieses, dieses Hassen, lieber konsumieren, Entertainment, gönnen, ich gönne mir sonst nicht so viel, ich gönne mir jetzt hier dieses, ich gönne mir das, ich gönne mir jenes. Ist ja okay, wenn man sich's leisten kann im Verhältnis zu dem, was man verdient. Also ich bin jetzt nicht, klar kann man sich was gönnen, aber es muss immer im Verhältnis sein und auch eine Priorität sein. Kann ich's mir jetzt wirklich leisten, einen Monat irgendwie fett reisen zu gehen oder bin ich nachher pleite wieder? Jetzt ja auch, oder? Absolut. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Ich sage einfach, wichtig ist, man muss es nicht tun. Ich denke, wichtig ist einfach, erstens die Voraussetzung muss sein, die Eigentumsrechte müssen gewahrt sein. Das heißt, jeder, der das macht, dass er auch behalten kann, was er verdient. Das finde ich wichtig. Und dann, ob er diesen, ob er oder sie diesen Entscheid trifft, liegt an ihm. Ja, ist okay. Man kann's machen, man kann's nicht machen. Ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, man wird richtig erfolgreich sein. Ich sehe das bei dir. Das ist echt faszinierend. Bei mir selbst, ich habe auch, ich meine, ich habe 100% gearbeitet, ich habe noch eine Weiterbildung gemacht dazu. Dann habe ich noch ein Haus gekauft zum Beispiel. Dann habe ich das auch noch saniert. Ich habe auch noch viel selbst daran gemacht. Auch handwerklich. Aber aber neben der Vollzeitarbeit. Neben der Arbeit, genau. Also 100% Arbeit, dann noch Weiterbildung. Auch parallel dazu. Dazu, ja. Dann am Abend. Dann gleichzeitig habe ich noch das Haus gekauft, vermietet, umgebaut. Ja. Auch noch. Also in Eigenleistung. Und dann noch Kinder bekommen, ja. Drei. Alles zur selben Zeit. Und das sicher schon seit zehn Jahren jetzt. Also das macht das, ich arbeite praktisch sechs Tage die Woche seit zehn Jahren. Ja, das ist so der Punkt so, das merke ich halt, jetzt einfach allgemein gefasst, dass halt immer, man möchte das Endgoal, das Resultat, dieses Materielle, dieser materielle Wunsch, ich will ein Haus, ich will das Auto, ich will das Video spielen, whatever was. Aber so dieser Weg dahin, um das sich wirklich leisten zu können selber oder die Opfer teilweise, die dann auch so ein teures, materielles Ding kosten kann, möchte man nicht eingehen. Also man möchte im Prinzip, wenn man fett ist, direkt dünn werden und zwar am besten nicht in sieben Jahren, sondern am besten in sieben Tagen und das möglichst, ja, ohne irgendwie Nachteile zu haben. Genau. Und ohne Aufwand und es muss quick and dirty und sofort. Am besten, ich bestelle es heute und morgen ist es da. Oder heute Abend schon. So nach dem Motto im Übertragen. Und das, diese Mentalität merke ich immer mehr und mehr. Und ich glaube, das wird sich, glaube ich, aber noch mehr extremisieren durch dieses ganze Social Media. habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon diese Instant Gratification. Genau, genau. Das ist das Wort. Ich glaube, das ist echt, ja, schon ein Riesenthema. Und ich glaube, das wird auch so sein. Ich hoffe, unsere Hirne werden nicht zu sauer auf das getrimmt. Rein, rein, Du hoffst. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, ja, es ist schwierig. Ich sage auch immer, ein Telefon, zum Beispiel nur ein Telefon. Also ein iPhone. Ein iPhone. Ich finde es schon heftig, was das für ein Leverage ist. Ich meine, ein iPhone kann dich so viel produktiver machen. Theoretisch, es ist ein ultimativer Leverage in beide Richtungen. Es könnte sich bezüglich E-Mails, was du eigentlich, wen du kontaktieren könntest, in welche Geschwindigkeit, welche geschäftlichen Gespräche du geführen könntest, an einem Tag, zu jeder Uhrzeit, du kannst einstellen, mach das, du kannst in der Nacht das Mail machen, dass es morgen 8 Uhr verschickt, ja. Ich habe dir letztens ja eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, irgendwie um 12 Uhr. Ich habe es dir dann auch gesagt, ich schreibe es, ich denke so, okay, easy, morgen kommt wahrscheinlich die Antwort, aber du warst dann manchmal wach und einfach so, 5 Minuten, 10 Minuten später, Realty Talk, einfach so, bumm, zack, dann so eine Aufliste, nicht so, oh, also 1, 2, 3, 4, 5, so, das ist ja was, nee, aber das stimmt, das ist absolut richtig, das kann halt ein Siegen sein, aber auch ein Fluch, wenn du nachher nur auf TikTok rumhängst und dann 5 Stunden einfach weg sind, und es ist weg. Total, also du kannst, das ist ein ultimative Leverage in die Produktion, du kannst fast unendlich produktiv sein, du kannst aber auch unendlich unproduktiv sein, also du kannst beides unendlich sein und das ist schon krass, also heute, ich muss schon sagen, heute ist wirklich der Gewinn und Verlust deines Lebens mit dem, ist wirklich sehr stark ans Individuum geknüpft, mit dem Phone, du kannst unendlich produktiv sein oder unendlich unproduktiv, ich kann mir Social Media reinziehen, andere Leute tun, 7,24, und es wäre spannend, lustig, aber du hast selber nichts davon, ja voll, und ich habe eigentlich null davon, ich werde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen depressiver oder eifersüchtiger, und denke, man geht es gut aus mit mir, also der ultimative Lever, genau als ich in diese starken Aufbaufase kam, also ich war so in den richtigen, ich mache mich wieder hin, da war es eine richtig starke Aufbaufase, 2014 oder wie, 2016, 2017, ja, ich habe echt gearbeitet, ich meine, heute immer noch, aber, ja, damals war es wirklich, ich muss einfach wirklich alles machen, ja, und, und es kam zu mir, ein Mann, ein älterer Herr, und ich finde den total cool, ich finde den Typ cool, cool älterer Herr, ich respektiere den total, und zu mir kam, und so gesagt, ah, ihr jungen Leute, so zum Zug, so, ihr seid schon den ganzen Tag am Telefon, ihr macht echt gar nichts, ja, also, ihr macht ja nichts mehr, also, es hat mich direkt direkt gesagt, weil ich war voll am Telefon, und ich habe mir gedacht, ja, du hast schon recht, ein, wahrscheinlich bei 50, von 51 hast du voll recht, aber ich war voll am Arbeiten in dem Moment, als er gesagt hat, ich habe, keine Ahnung, gerade 50 Liegenschaften durchgeschaut, und x mal angefragt, und die Dokumentation, und verglichen, ich war voll am Rechnen, als er das gesagt hat, er hat mir genauso gedacht, du wirst recht haben, aber jetzt, in diesem Moment nicht, weil es stimmt echt nicht, ich habe echt 100% gehabt, ich habe wirklich dann, meine Konsumzeit am Telefon war 5% oder weniger, 95% war produktiv am Telefon, aber nach aussen, könnte es ein TikTok Video gewesen sein, da du siehst ja meistens auch nicht in den Screen, es spiegelt, klar nicht, und also so für mich, es hat irgendwas sein können, es hat auch nichts sein können, also ich meine, ich bin ja voll im Social Media Bereich eigentlich so tätig, mache das ja auch beruflich letztendlich, aber, also ich merke das ja selber, ich habe eine sehr, ich sage mal, ich weiß, wie diese Trigger funktionieren und so weiter, aber zum Beispiel, ich poste zum Beispiel ein TikTok, bei Instagram passiert das nicht, aber wenn ich ein TikTok poste, also ich poste, ich muss rein in TikTok, und ich muss die posten und wenn ich ab und zu den Fehler mache, dass es mir heute passiert und ich auf dieser For You Page hängen bleibe, dann sind auf einmal 15 Minuten weg, gone, die sind gone, ich merke dann so, oh, ich müsste eigentlich jetzt ins Office gehen und die sind jetzt auch weg, diese 15 Minuten, ich stelle dir mal vor, 15 Minuten ist noch echt wenig auf TikTok, ich glaube 30 oder 40 Minuten ist so die durchschnittliche Use-Zeit, und dann hast du halt die Heavy-User, die drei, vier Stunden am Tag auf TikTok drauf sind, am Konsumieren, nicht am Posten, weil Posten geht ja schnell, pup, weil das Video bearbeitest du oder lässt du von jemandem bearbeiten, du musst ja nur noch posten und ich finde das abartig, weil ich stelle dir mal vor, ich mache das jeden Tag 15 Minuten, das ist zum Glück bei mir nicht jeden Tag, das passiert vielleicht einmal pro Woche at max, dass ich hängen bleibe, aber 15 Minuten pro Tag nur schon, das ist in der ganzen Woche fast zwei Stunden, die einfach weg sind, gone, und in zwei Stunden machst du echt viel. Ja, voll, also es ist, es ist der Leverage, der Leverage in beide Richtungen, und wie viele sind natürlich auf der Konsumentenseite da, und die Mehrheit, die Mehrheit, ich verstehe das auch, ich meine, ich konsumiere viel auf so, ja, viel, viel, ich will jetzt nicht sagen, wahrscheinlich gibt es Leute, die mehr konsumieren, aber ich konsumiere auch und verstehe es auch, aber es ist einfach die positive Note, die ich sagen will, es ist einfach, ich glaube, es fängt an beim Individuum, und es ist auch eine positive Message, die ich finde, die man wirklich verlinrichten soll, ja, weil jeder kann es eigentlich, das klingt abgedroschen, jeder kann es schaffen, aber ich glaube daran, aber nicht alle, nicht alle, aber, aber du hast echt viel Leverage darauf, ja, vor allem in Europa, und auch, und auch wieder ein bisschen zum Europa, reale Geschichte, rund geht es um Europa, es hat, es hat zur Verbindung zu diesem Musikgang, zu diesem, sag ich mal, ein bisschen Faulheit, ja, die wir hier haben, alles muss sofort kommen, und wenn ich nicht hart dafür arbeite, ja, das Anspruchsdenken, Anspruchsdenken, genau, ja, jeder hat es einfacher, ähm, ich glaube, man kann es durchbrechen, und, ich glaube auch, dass Europa, eigentlich hätte Europa alles, dass es prosperieren kann, wir haben mega clevere Leute, also ich glaube, das Intelligenz mangelt sich eigentlich nicht, ähm, die Topografie ist eigentlich gut, man hat eine riesige Küstenlinie, tolle gute Universitäten, wenn man die richtigen Dinge behandelt in der Uni, das ist ein Entscheid, muss man auch überlegen, was bringt die Gesellschaft weiter, also wirklich im Sinne von effektiven Nutzen, ja, also nicht verwalten unbedingt, ja, so einen wirklichen Schritt vorwärts gehen, da muss man schon sagen, da hat so eine 1910-Generation, das ist schon steinhärt, also was die alles gemacht haben, und erfunden haben, also erste elektrische Autos, naja, klar, aber das wurde dann nicht durchgesetzt, und dann erst wieder 100 Jahre später, genau, also man hat echt viel gemacht, also ich bin echt, ich bin so fasziniert, diese Elektros, guter, fun fact, gab es schon damals, ich finde es, die gab es vor über 100 Jahren, ich finde es so heftig, es war so, bei vorm Ersten Weltkrieg gab es die, und dann sind die gefloppt, aber auch elektrische, die sehen fast genau gleich, einfach der Motor war halt viel größer noch, und jetzt haben die ihr Revival 100 Jahre später, und jetzt sind die überall in der Stadt, oder werden teilweise im See versenkt, oder in Flüssen versenkt, was weiß ich was, irgendwelche Besoffenen, aber das ist krass, wenn man sich das so überlegt. Ja, also ich denke einfach so, die waren echt heftig, also ich habe riesen Respekt vor auch diesen Generationen von anderen Europäern, ja, und ich glaube, wir können da anschliessen, also wir haben, ich meine eben, wir haben das Brain, wir haben eine tolle Küstenlinie, wir haben Gebiete, die fruchtbar sind, also wir haben Wasser, wir haben Eigentumsrechte, mega wichtig, braucht es, oder für die Innovation, wir haben tolle Universitäten, man muss einfach die Fokus setzen, was will man lernen, ja, was will man nicht lernen, was sollte man unterrichten, ja, und wie viel. Wir haben alles, das es braucht, wir Kinder, haben wir, Achtung, hier müssen wir sagen, wir haben vielleicht zu wenig, ja, zu wenig Geburtenrate, das ist das, jeder, der sich darüber nachdenkt, der weiß das, wir haben zu wenig Geburten. Das ist, glaube ich, weil ein Großteil der Gründe ist, weil wir erst mit 30 oder später Kinder bekommen und früher haben die Leute schon mit so 20 oder vor 25 Kinder bekommen. Einer der Gründe, ja. Und dann lässt du halt, wenn das jede Generation so macht, über vier Generationen weg, lässt du eine Generation aus, weil dann hast du statt fünf Generationen und in hundert Jahren hast du noch vier oder 3,8 Generationen. Ich glaube, das ist einer der Haupt, das merke ich auch bei mir, der liebe Alex ist hier, glaube ich, eine Ausnahme. Weniger und später, du sagst es. Also von dem her, das muss man knacken, ja, also man muss zumindest, sage ich mal, die Population, man muss sich repopulatieren, also genau gleich, also 2,1, ja, wäre noch gut und dann einfach vernünftige Leute haben, also auch die Kinder gut, sag ich mal, erziehen, ausbilden, sich Mühe geben dabei und ich sage, Europa hat alle Zutaten, um das zu drehen, um wieder ein Leader zu werden. Ich wünsche mir das. Ist auch für mich ein Antrieb. Ich sage meiner Frau immer, ich wähle, ich habe meine Frau das Thema schon ab und zu gehakt, sie hat gesagt, was ist das eigentlich? Ich habe gesagt, mein Wunsch wäre, dass wir in Europa einfach wieder die Nummer 1 sind. Ich versuche jetzt einfach wieder mit meiner Familie gut zu sein. Ich freue mich mega, wenn es anderen gut geht, als zum Beispiel bei dir oder bei allen, die ich treffe, jeder, der Erfolg hat oder was vorwärts geht. Es muss nicht monetär sein, es kann sein in der Familie oder in seiner persönlichen Entwicklung. Ich finde das, ich feiere das, ich finde das super und ich unterstütze das immer. Neid gibt es mich fast in Existenz. Das ist mir total wichtig. und dann in der Gemeinde, wenn es vorwärts geht, im Kanton, in der Schweiz und dann in Europa. Ich glaube, wenn das Thema Neid ist super was Spannendes angesprochen, ich glaube, Thema Neid, viele interpretieren halt Neid als etwas, also sie, ich gebe dir ein Beispiel, wenn jemand neidisch ist, heutzutage sagt er halt, ja, das will ich gar nicht, das, was er hat. Er kann, irgendwas fehlt ihm dann, wenn er das hat. Aber Neid ist, glaube ich, so eine normale menschliche Reaktion, um zu zeigen, du siehst etwas, was du gerne auch haben würdest, was du nicht hast, aber viele reagieren dann negativ auf die Person, die das hat, statt dass sie interpretieren, okay, die Person hat jetzt das, ich würde das auch gerne haben, kann ich nicht die Person fragen, wie sie das bekommen hat oder kann mir diese Person helfen, dass ich das auch bekomme. Es ist völlig, also so eine Interpretationssache, glaube ich, weil Neid für viele, also denke ich mal, hormonell oder halt durch diese ganzen Muttenstoffe, das menschliche Instinkt, ist wahrscheinlich sehr ähnlich für viele, so das Erlebnis, weil es sind ja dieselben Botenstoffe oder was auch immer, die ausgeschüttet werden, nur die Interpretation dieser Emotion oder was das auch immer ist, ist, glaube ich, sehr oft eben so in diesem negativen Sinne, glaube ich. Und ich glaube, aber das ist schwierig, glaube ich, das ist halt Erziehung, Mindset, Gesellschaft, was da alles halt zusammen spielt, glaube ich. Ich glaube auch, die wichtig ist, dass man es positiv auslegt, dass man was sieht und denkt, das will ich auch gerne erreichen. Ich finde das gut, dass man das hat, ist ja was Gutes, vor allem die positiven Dinge, sage ich mal. Destruktive finde ich schlecht, aber positive Dinge, die auch zu erreichen, das finde ich echt gut. und ich finde, wie du sagst, der entscheid ist einfach, wie will ich darauf reagieren? Will ich positiv auf dieses Gefühl reagieren oder destruktiv? Will ich den anderen runterziehen oder mich selbst eben? Leute sind unterschiedlich. Ich persönlich bin extrem positiv, wie sagen, also ich frage immer, wenn ich jemanden sehe, der was hat, was ich gerne hätte oder was kann, gehe ich immer hin und sage, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Bro. Und ich muss auch sagen, Leute sind mega lieb und freundlich. Also es ist echt, also wirklich überraschend. Also im Sinn von, ich habe noch niemals, also fast nie jemanden getroffen, wo ich gefragt habe, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Die meisten haben gesagt, ja, also okay, die erzählen dir das. Die meisten geben echt gerne Informationen preis, die echt wertvoll sind auch. Und wenn man da echt gut zuhört, das ist wirklich nützlich. Wortwörtlich Gold wert. Es ist Gold wert. Das war bei mir nicht anders, eben beim ersten bei den Immobilien. Ich habe das echt gefragt. 30 Minuten Gespräch, ich habe darüber 11 Stunden oder mehr nachgedacht. Und er hat es mir einfach so ein paar Stichworte gönnerhaft gegeben und ich habe das aufgesogen und ich bin dem, also wenn wir uns sehen, dann danke an dieser Stelle, sage ich ihm, das hat mir viel geholfen. Das war ein riesen Unterschied für mich. Und es waren nur ein paar kleine Dinge. Auch im Immobilien zum Beispiel, auch wenn mein Nachbar was macht, Baugesuch oder sowas, hey, ich sage immer, die können mich da kurz whatsappen, ich sage immer, hey, ich unterstütze den, sage ich, was soll ich unterschreiben? Und manchmal schreibe ich noch, ich schreibe dann noch, ich schreibe echt in den Whatsapp nach, hey, ich finde es gut, dass du es machst, mach weiter so und hey, ich hoffe, du machst das schönste Haus und ich hoffe, dein Haus wird ein richtig tolles Haus und wird noch viel besser und nur positiv. Weil ich glaube, das ist, ich sage immer, wenn sein Haus besser aussieht, dann sieht das ganze Quartier besser aus, Leute wohnen lieber dort, die ganze Gegend hebt sich hoch und wird attraktiver zum Wohnen, die Preise heben sich, dann wieder mehr Verdienstmöglichkeiten für die Leute, weil neue Geschäfte entwickeln sich und so weiter. Also es ist ein total positiver Flow und es ist nicht alles so, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und ich würde es jedem empfehlen. Also das, vielleicht werden wir so so ein Roundup für das ganze Gespräch auch so ein bisschen machen, das geht dann schon so, aber auch in Richtung eben so das richtige Mindset, die richtige Einstellung zum Leben insgesamt, sowohl privat, beruflich als auch in anderen Lebensaspekten zu haben. Also sprich, auch wenn jetzt vielleicht irgendwas Schlimmes passiert im Business oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas halt passiert, dass man trotzdem positiv denkt, lösungsorientiert ist und nicht irgendwie dann sich von dieser Situation so krass herunterziehen lässt und sich sagt, ja, das passiert mir jetzt, weil wegen dem und jenes und es ist alles so schlimm, sondern dass man wirklich so in dieses positive Mindset kommt, es gibt eine Lösung, eine Lösung suchen, mit Leuten reden und dann vielleicht, also kommt man dann irgendwann durch diese Situation durch und ist nachher auch stärker, oder? Ja, absolut. Ich denke, ich denke sicher so. Ja, und einfach auch bescheiden bleiben und auch positiv und bescheiden bleiben, ja. Ich finde es noch interessant, zum Beispiel Alexander der Grosse hat ja bekanntlich sehr viel erreicht oder bis 1927 sein Imperium eigentlich errichtet und auf der anderen Seite haben wir Cäsar, der auch sehr viel erreicht hat in seiner Zeit und es, glaube ich, Cäsar war dann mal, man würde jetzt an Cäsar schauen und er hat quasi alles erreicht und ich glaube in Ägypten war der beim Grafen Alexander der Grossen gemäss der Legende und hat dann gesagt, ah, das war ein grosser Mann quasi und, was der erreicht hat, werde ich nie erreichen. Weil er hat alles gemacht, aber bis 27 Jahre, und ich nicht. Ja, ja, ja. Sogar Cäsar hat sich dann quasi so ergeben und so gesagt, demütig so, yo, der war einfach heftiger. Ja, ja, ich finde es so gut, ich finde es so gut. Ich hätte die Geschichte sogar meinen Kindern, weißt du, und Impfen, das ist, in diese Richtung kann man gehen. Das ist so, wie wenn du Videospiele spielst, es gibt immer irgendeinen Asiaten, der besser ist als du. Immer. Das ist so der Klassiker, das ist wirklich immer, du kannst, du kannst noch so gut sein, aber irgendein Koreaner ist einfach tausendmal besser, egal welches Spiel das ist. Es ist aber wirklich so, es ist so ein Klischee, aber wenn du mal guckst, wer so richtig die Pro-Gamers, also wirklich die krassen Pro-Gamer, die auch davon leben, sind halt alles irgendwie Asiaten oder Koreaner vor allem. Nein, das hat so krass, das ist richtig angesehen. Genau, ich finde das auch vollkommen okay, weil das zeigt auch wieder, so gewisse Kulturen oder Gesellschaften oder gesellschaftliche Normen bringen gewisse Skills, Feinmotorik, wäre es in diesem Fall hervor. Andere haben vielleicht in anderen Dingen andere Skills, die auch physisch, also wie sag ich dem, also so physisch sich am Körper zeigen, weil Feinmotorik hat ja auch nicht jeder, aber genetisch kann tendenziell eine Bevölkerungsgruppe tendenziell in einer besseren Feinmotorik haben und das finde ich schon... Das reproduziert sich über die Generationen, wenn das gefragte Talent zum Überleben war, das Evolution, an dieser Stelle würde ich mal gerne fragen, von all den Spielen, ich meine, du hast ja viele Spiele gespielt, nenne ich jetzt mal, welches Spiel hat dich am meisten beeinflusst oder von welchem Spiel hast du am meisten gelernt? Also, ich spiele schon, seit ich denken kann und also so, wenn du mich jetzt gefragt hast, was mein Lieblingsspiel wäre, dann wäre das wahrscheinlich so Pokémon Smaragd oder so, aber da habe ich, also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nicht jetzt so viel speziell gelernt gelernt so, aber so, wo ich am meisten von gelernt habe und sogar heutzutage sehr vieles an praktischem Wissen an welches World of Warcraft. Okay. Das Spiel gibt es ja immer noch und ich spiele es ja auch immer noch und also es ist halt, also für die, die zuhören oder auch zuschauen, die nicht wissen, es ist einfach ein Online-Multiplayer-Game, wo du halt eine In-Game-Economy hast, also Spieler, die mit Spielern handeln, du kannst Gegner besiegen und so weiter, du kannst alles Mögliche machen, du hast es wie so ein Second Life oder whatever was, ja, ein Sims, aber du kämpfst halt gegen Monster noch und so weiter, so ein bisschen. Und welche Skills speziell? Handel, Handel ganz klar, also sprich, ich kaufe Ressourcen, im Auktionshaus war das halt bei World of Warcraft, dann verarbeite ich diese Ressourcen weiter mit meinen Berufen, mit meinen Charakteren, verkaufe das für einen Aufpreis und mache immer mehr und mehr Gold und repeate das alles. Das Geld, Gold, was ich daraus rausbekomme, kaufe ich wieder neue Ressourcen und repeate das die ganze Zeit. Oder auch ein sehr gutes Modell nennt sich Stockpiling, das heißt, man kauft bestimmte Ressourcen oder Items ingame und denkt, dass sie gerade günstig sind und spekuliert auf, in einem Monat sind sie teurer, weil dann eine neue Rate rauskommt und wieder die Leute, dass wieder eine hohe Nachfrage da ist und dann der Preis um 20, 30, teilweise auch 100% steigt und du machst dann eigentlich im Prinzip nur Profit, indem du es kaufst, wenn es günstig ist und verkaufst, wenn es in dem Moment teuer ist. Das ist dann fast schon Trading. Ja, verstehe. Du kannst es aber auch längerfristig machen mit Items, die dann zum Beispiel sehr selten sind oder sehr gefragt sind und nur auf eine bestimmte Methode bekommen kannst, die sehr selten ist, zum Beispiel durch solche Loot-Karten, das waren so Trading-Card-Game, wo es ist, du freirubbeln und da gibt es dann Reittiere oder Items, die sind dann tausende von echt Dollarn wert. Also das kannst du dann auf Ebay für tausende von Dollar verkaufen. Und auch das, da hat es dann diverse Strategien gegeben und sehr oft ist es, um eben Gold, also die Ingame-Währung zu verdienen, hat man halt so diese Skills gebraucht. Also es hat nichts gebracht, wenn du gequestet hast, gefarmt hast, es wäre so dein Daily-Job gewesen. Ja, richtig. Dieses Kaufen, Verkaufen, das ist wie mit Aktien, das heißt, du musst Kapitalinvestments haben. Kapitalinvestments bringen viel mehr Gold, weil wenn ich eine Million Gold habe und 20% Profit drauf mache, sondern das 200.000 Gold Profit. Aber bis ich mal 200.000 Gold gefarmt habe, habe ich vielleicht, keine Ahnung, 20 Stunden oder so, wenn ich 10.000 Gold pro Stunde farme. Für diesen Trade, eine Million, habe ich vielleicht at max 10 Minuten gebraucht. Ja, ja. Ja, also das war dann auch wieder so der Moment, okay, mit Kapital, mit Geld, mit Gold macht man mehr Gold. Ja. Und zwar exorbitant viel, viel mehr Gold, als wenn ich jetzt hier Erze, Kräuter und irgendwelche Lederfarmen gehe und hier da selber Mobs töte und die ganze Zeit halt das Zeugs farme. Ich kaufe das lieber von den Leuten, die das gefarmt haben, arbeite es weiter und mache mit Kapital viel, viel schneller, viel, viel mehr Gold. Und ich meine, das ist ja heutzutage in meinen Geschäftsmodellen, wenn du das anguckst oder mit meinen Investments ist ja auch genau das Gleiche. Schon ein Aktien-Einko mit ihm, wie ist das Gleiche, oder? Genau. Ich finde das mega interessant. Das ist, da war ich so elf oder so, oder dreizehn. Ja, ja, genau. Als ich gespielt, also angefangen habe. Ich finde das mega interessant, was Leute in der Kindheit tun. Ich frage das echt gerne. Ich finde das auch mega interessant, was so die Antworten sind. Also ich finde es auch zum Beispiel, was man zu spielen lernt, ehrlich gesagt. Es ist ein bisschen Nerd-Talk hier. Aber ich finde das echt wahnsinnig. Und ich finde das auch echt, klar, man hat die traditionellen Sport halten. Ich habe auch Sport gemacht. Aber ich finde es echt auch interessant, was man durch Spiele lernt. Ich finde es echt speziell. Vielleicht hier nochmal so ein Input. Also das, was ich durch Spiele auch nochmal gelernt habe. So das Einzige, was ein Spiel, weil viele sagen, ja, das Spiel, das ist nicht Realität und das ist halt so Fantasiewelt. Das Einzige, also das ist wirklich die Kerninformation, die ich gelernt habe, dass ein Video, also du hast Zeit. Ja. Wir haben jetzt den Podcast hier verbracht. Ich, du und der Alex ist hier im Raum. Wir sind zu dritt hier im Raum. und die Zeit ist vorbei. Weiß diese Zeit real oder nicht? Nein, die Zeit war real. Gewicht, also die Vergangenheit. Und ob ich jetzt zwei Stunden World of Warcraft gespielt hätte, die Zeit ist genauso real wie jetzt, also dieses Gespräch hier in diesem Raum. Sehe ich genauso, ja. Nur das Einzige oder diese Barriere ist zwischen, also Die Translaktitrant, die Applikation des Spiels in das reale Leben der Skills. Genau, das ist das Einzige, also das Einzige, diese Abstraktion, die viele eben... Wie eine Kupplung beim Auto. Genau, genau. Die Kraft wird in Bewegung umgesetzt und so ist das Know-how vom Spiel, wird in das Leben umgesetzt. Genau, absolut. Und heute ist ja viel ein Kopfspiel, ja. Genau. Eigentlich, muss man schon sagen. Und ich finde das faszinierend, zum Beispiel, ja, wenn du jetzt mich fragen würdest, was wäre es bei mir, ja, und ich habe meine Frau und ich finde das mit drei Kindern, bei mir sind halt so Kinderthemen manchmal auch wichtig, weil meine Kinder sind und so. Ich habe drei Jungs übrigens, ja, also viel, viel Testosteron zu Hause, ja, schon so. Sind Sie bald schon in der Pubertät oder noch nicht? Ja, mein Sohn hat den ersten Liebesbrief bekommen, ich darf es jetzt nicht sagen und so, aber meine Frau hat mich ein WhatsApp geschickt. David, shall I worry? What is this? In China it's not like that. Anyway, aber, und ich finde zum Beispiel, ich habe mit, war das, glaube ich, mit neun Jahren oder so, ich habe in meinem Pausenhof Brot und Schokolade verkauft, mit neun, ja. Ich habe das irgendwie, eine Verwandte von mir ging nach Deutschland oder sowas einmal die Woche und ich habe mich gefragt, hey, kann ich mit in mir kommen? Hat er Brot und Schokolade in Deutschland gekauft und habe das dann morgen gebacken, bin duschen gegangen, also in den Ofen duschen gegangen und habe es rausgenommen und dann in der großen Pause verkauft. Also hast du dann so die Schokolade ins Brötchen reingestellt? Nein, nein, ich habe die Schokolade separat und dann das Brot separat, oder? Und das Brot gebacken und dann in die Schule genommen, ja. Und das auf dem Pausenhof verkauft, ja. Ich weiß alles noch auswendig. Ich habe 1,50 Franken verlangt und 50 Rappen waren meine Produktionskosten. Oder 1,50 Franken ist ein super Preis für Brot mit einem Schokostengel, oder? Ja, safe. Voll, voll okay, oder? Und ich habe nicht gewusst, was ich eigentlich mache, dass es eigentlich Business ist, ja. Ich habe damit etwa 500 im Monat verdient als ein Neunjähriger oder sowas. Alter, let's go. Also Revenue meint es, Revenue, oder? Nein, nein, das ist Profit, also Profit, ja. Das ist so der Schulhof Mafia Gangster. Nein, nein, nein. Der Schoki Prügeli Mafia. Ja, ich habe das gemacht, weißt du? Ja, geil. Ich habe gedacht, das ist cool. Ich habe voll tiefer Preis eigentlich, oder? Und es kam auch gut an, ehrlich gesagt. Und echt, also es war faszinierend, weil ich habe das gemacht, ja. Und dann später kamen andere und die haben dann zum Beispiel Getränke verkauft. Zum Beispiel, das war so in meinen Schuhsaufgaben, so im Effekt. Der nächste hat dann Twix und Snickers verkauft und Getränke, ja. Und jetzt musste man auch noch auf Marketing. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Getränke laufen auch gut, ich sollte auch Getränke verkaufen und so weiter. Und letztendlich gab es da wie Konkurrenz, oder? Und letztendlich ist es ein bisschen eskaliert. Und dann musste der Rektor dann kommen und hat gesagt, okay, quasi das, weil man hat dann gesagt, ja, er verkauft, was ich verkaufe und so weiter. Und der zerstörte Preis und so weiter. Und das war ein neunjähriger, zehnjähriger, und dann musste der Rektor schlichten. Aber ich mag den Typen total. Und der hat dann gesagt, eine typisch schweizerische Lösung, Preisabsprache. Ich darf nur noch das Brot und die Schokolade verkaufen und er noch die Getränke und das Twix. Und das war die Lösung und jeder hat seinen Preis. Und keiner darf in das Revier des Anderen. Und das hat dann so funktioniert. Und das hat mir echt viel gebracht fürs Leben, im Sinne von nicht mal monetär, sondern ich habe schon viel gelernt, oder wie weisst du. und ich habe das letzte Mal eine Liste bekommen von der Schule, was die Kinder essen dürfen in der Pause. Und ich habe sie auf Schokolade verboten. Aber so, was? Es gibt heute Listen, das verboten ist? Und das dürfen die nicht. Also so eine Liste, was gesundes Essen ist und was nicht gesund ist, darf nicht konsumiert werden, ja? Das wäre schon fast auch in China hier. Also es war nicht verboten, im Sinne von juristisch, aber so quasi, es wird nicht gern gesehen, was soll das nicht mitgeben und so. Ich gebe das aus Prinzip meinen Kindern mit. So aus Prinzip so ein kleines Schokolädchen. So ein kleines, so liebend, weisst du? Meine Unternehmeridee wäre heute gar nicht mehr möglich. Da habe ich so gedacht, ist das gut oder schlecht? Ich habe einen Schatten eigentlich für die menschliche Kreativität vielleicht nicht so gut. Sollst du es nicht selbst herausfinden, aber ja. Oder ich gebe so den Lindkoffer mit. Weil so Lindkoffer, ja. So aus Flex, das ist dann so der Flex, wenn dann Lehrer weiss so, oh shit. Weil vielleicht, ich weiss nicht so, Karotten mit Äpfel ziehen, vielleicht nicht so gut wie bloß Schokolade, oder? Ich glaube, es ist dann eher so, dass dann die Karotten, so zehn Karotten ist so ein kleiner Schoki-Teil, dann wenn überhaupt. Aber eben, das ist unternehmerisches Denken, das hat geprägt. Und das Zweite war, mit dem Geld, das ich dort gespart habe. Aber Moment mal, ich glaube, also bei mir war das, ich bin ja Generation, schon eine Generation jünger als du, ich weiss noch, ich habe sowas ähnliches auch in der Primarschule gemacht, aber das war dann auch mit Trading Cards, mit Yu-Gi-Oh! und das war dann gar nicht, also wo das dann rausgekommen ist, das war nicht im großen Stil, so wie jetzt bei dir. Also im großen Stil, ja. Ja, aber das war schon im großen Stil, ich habe nicht mehrere hundert damit monatlich oder so gemacht, aber wo das dann rausgekommen ist, das wurde gar nicht gerne gesehen, dass damit echt Geld gehandelt worden ist im Pausenhof, das wurde gar nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, dass das überhaupt ein Thema ist, oder du machst das? Nee, nee, aber ich meine, ich weiß noch, ich hatte da ein Gespräch, so nee, wir wollen tauschen dürfte, aber wir wollen jetzt nicht, dass du da für Karten Geld, äh, Geld, Karten gegen Geld verkaufst. Oder tauschst sozusagen. Aber Karten tauschen war okay. Verstehe. Das war halt so wirklich der Pokémon-Yu-Gi-Oh! Das ist interessant. Hype damals. Da hat halt jeder Karten auch. Egal, jeder hatte Pokémon und oder Yu-Gi-Oh! Meine Kinder haben es heute noch, ja. Ja, eben. Und also tauschen war okay. Ich weiß nicht, wer das heute ist, ob das auch noch, also tauschen okay ist, das weiß ich, aber ob Verkaufen auch nicht gerne gesehen wird. Meine Kinder tauschen auf dem Pausenhof, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Geld nicht geht, ja. Das wurde nicht gerne gesehen einfach. Ich kann mir das vorstellen, dass noch heute so ist. Das war damals schon, also bei mir so. Und dann habe ich auch so gedacht, okay, schade. Ich habe dann an Turnieren verkauft, da war es okay, weil da waren auch erwachsene Leute und Teenager und so, da ist es vollkommen normal gewesen. Aber das fand ich auch so ein bisschen, also demotivierend damals noch so. Ich feiere eben diese Kindsmentalität manchmal, wenn es so, ich finde es immer interessant, wenn ein Kind der unternehmliche Gedanken hat und es darf es eigentlich nicht machen, finde ich fast schade, weil die sind halt noch so ein bisschen unbefleckt, weil die denken einfach, okay und so, wenn das jetzt fünf Franken wert ist oder fünf Euro und was auch immer, dann warum nicht, ja. Ein Tausch ist zweimündige Person, gut, mündig ist eben die Frage, aber zwei Personen entscheiden, was zu tun und beide finden, das eine findet das Geld, hat Mehrwert als die Karte, der andere Karte, mehrwert als das Geld, man hat sich gefunden, ja. Ähm, ja. Das andere, das mich geprägt hat, um zur Eingangsfrage zu kommen, ist, ich habe eigentlich das Geld gekommen und war, haben wir Figuren damit gekauft. Ich weiss nicht, aber das Geld hat mir gezeigt. Das war ein bisschen Nerd-Talk, sage ich mal. Das ist bevor es World of Warcraft und so gegeben hat, einfach halt physisch im Prinzip. World of Warcraft physisch, auf dem Turnier. Sozusagen gefühlt, ja. Man macht eine Armee und so weiter, musste mit den Gegnern besiegen, ja. Und die Armee, ich habe auch Turniere gespielt, europaweit, ich bin dann, ich kann nicht mehr als 14-Jähriger nach Deutschland gereist und so weiter, quasi alleine mit meinen zwei Freunden, ja. Oder auch nach Frankreich und habe gegen Franzosen, Deutsche oder Schweizer gespielt, je nachdem wo. Und, ähm, es war auch mega prägend, weil man hat, man muss eine Armee zusammenstellen, die gegen jeden Gegner funktioniert. Das ist wie eine Immobilie, ja. Die muss für mich wahr sein. Das ist auch competitive. Ja, es muss, es muss die Armee, man hat dann ein Spiel mit einer Armee gegen verschiedene. Das heißt, die muss gegen alle Arten Völker funktionieren, gegen Dunkelhelfen, gegen Hochhilfen, gegen Orks, alles, alles Mögliche. Das heißt, man muss eine flexible Armee, die gegen nichts eine Riesenschwäche hat, aber, aber gegen alles irgendwie funktionieren kann. Und, ähm, und dann gleichzeitig muss man die Regeln kennen, seine und die des Gegners, seine Bücher, die Grundregeln, das muss man also im Kopf haben, bei Streitigkeiten gibt, den Schiedsrichter, manchmal kann man auch Einfluss auf den Schiedsrichter nehmen, je nachdem, oder wie man argumentiert, oder auch einen Gegner. Ja, wenn du mehr Ahnung hast, auch. Wenn du mehr Ahnung hast, ja, klar. Und, ähm, ja, und auch dann psychologisch, oder, manchmal weiss er, ah, der Thomas, der ist der beste Spieler, der getraut sich, keinen Move zu machen, weil er weiss, ah, der hat sicher das einkalkuliert. Dann macht der VK keinen Move und verliert, weil er sein Spiel gar nicht spielen kann, ja. und das hat mir auch im Leben mega viel gebracht, weil das sind einfach so, Skills, die man lernt, eigentlich im Spiel, das ist ein Spiel, das heißt nichts, aber das bringt einem was mit Immobilien, auch, oder Aktien, ja, weil das kann man, das ist wie eben eine Kupplung, man kann das übertragen aufs echte Leben, ja. Man lädt sich gut ein, hat eine Ahnung vom Thema, stellt sich gut aus. Ich glaube so, das Problem ist so bei vielen, so sie trennen, also dieses Trennen ist glaube ich immer gefährlich, also zum Beispiel, ich habe eben auch bei World of Warcraft so dieses Grinden, es gibt Sachen, die kannst du halt nicht mit Gold lösen, sondern du musst halt einfach mit deinem Charakter die ganze Zeit grinden, ob das Stunden, du kannst es anders nicht machen. Und wenn du halt stundenlang, gefühlt auch teilweise mal acht Stunden am Tag einfach dasselbe die ganze Zeit gemacht hast, das verblödet sich zwar gefühlt, aber es ist dann so dieser Drive, diese Disziplin, das einfach acht Stunden am Tag, drei Tage, also drei Tage ineinander zu machen, damit du auch diese Belohnung bekommst. Das ist die Disziplin, die du bekommst. Genau, in einem echten Leben und das hört sich jetzt richtig dumm an, also ich habe letztens das auch, hatte ich auch wieder so, wie sagt man dem so, kennst du Jimmy Neutron noch? Sag dir das? Ich kenne das. Das ist ja so der mit dieser Eiscreme Frisur mit dem großen Kopf und immer wenn er so einen Gedankenblitz hat, geht es in seinen Kopf und dann so, und ich dachte mir dann so, Moment mal, ich bin vorm Computer und ich hämmer da was in die Tasten und klicke mit der Maus, ob ich jetzt World of Warcraft spiele, ein anderes Videospiel oder in einem Word irgendwas reinschreibe, letztendlich meine physische Tätigkeit ist immer ein und dieselbe. Ja. Ich hocke, ich tippe, ich klicke. Richtig. Nur mental sehe ich was anderes auf dem Bildschirm, aber die rein die Tätigkeit, die physische Körper, ich ist immer ein und dieselbe. Ja. Das fand ich so, wow, holy shit, es ist letztendlich, also wenn du mein Screen nicht anguckst, ich kann World of Warcraft spielen oder ich tippe gerade an meinem Buch oder ich mache irgendwas anderes, mache Research, aber es sieht von außen genau gleich aus. Es ist nur dein Mindgame, was du eigentlich in deinem Kopf so eigentlich interpretierst. Das finde ich ultra, das war für mich so, wow, what the fuck. Das ist genau das gleiche mit dem Telefon und der Arbeit, Genau. Du kannst nicht unterscheiden. Ja, das ist wirklich faszinierend. Ich glaube auch, die Akzeptanz nimmt zu. Also das bemerke ich einfach. Man merkt das auch mit den E-Games. Also E-Sports meinst du? E-Sports, ja genau. Also man merkt schon, dass das einfach heute merkt man einfach, dass das, das wird viel mehr verbunden. Ja, man merkt auch beim E-Sport-Bereich, oder das kommt immer mehr. Ich glaube, das wird auch kommerzieller werden. Ja, extrem. Es ist schon, es hat extrem zugenommen. Ich meine, früher waren wir noch der Nerd. Heute bist du nicht normal, wenn du keine Playstation hast. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, das wird noch zunehmen, ehrlich gesagt. Also vor allem jetzt mit deinen Kindern, weil deine Generation, die Generation, die ist ja nur mit Switch, Playstation 4, Playstation 5, das ist ja native. Genau, ich denke, man muss eine Balance finden, natürlich eine Erziehung, das wird noch ein anderes Thema, aber ja, das wird zunehmen. Also von dem her, ich glaube, das ist auch von diesem Markt, da bin ich Bullish drauf. Das wäre wie zum Bereich Aktien, ich glaube, das ist ein Bullish-Markt, da bin ich eher long drauf. Und ich glaube, auch die Akzeptanz für die Skills, die man da erwirbt, werden grösser. Aber es geht auch hier oftmals um vernetztes Denken, das ist heute mega wichtig, eben schon nur Immobilien, wie du das finanzieren kannst und so weiter, wie du es kaufen kannst, wie du Ertrag dir das ausgenerierst, hast du x Möglichkeiten. Und das ist auch wieder vernetztes Denken, du musst es einfach zusammenführen. Wir sind jetzt schon ultra lange dran, aber ich würde jetzt gerne trotzdem noch mal was anhängen, wenn du noch Bock drauf hast, und zwar, weil das hat jetzt gerade ultimativ krass gepasst, ich meine Immobilien, ja, das sind physische, ich sage jetzt mal Investments, wir haben über Gaming gesprochen, was ist, wenn wir in 50 Jahren im Metaverse sind und wir anfangen, digitale Wohnflächen zu kaufen in einem digitalen Metaverse und und eigentlich, also Leute im Real Life dafür arbeiten, dass sie im digitalen Live leben können oder Leute im digitalen Live leben und arbeiten, um ihre physischen Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen und Dach über dem Kopf finanzieren zu können. Also das ist mir jetzt gerade voll eingefallen, weil wir jetzt gerade voll in diesem Themenbereich sind. Ich verstehe dich vollkommen, ich habe mir das auch schon überlegt. Es gibt viele Aspekte, wie man es betrachten kann, ja. Ich hatte, es gibt so viele Aspekte, deswegen zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, ich nehme jetzt mal, du hast eine Wohnung, die vermietest du, ja. Also physisch meinst du jetzt? Physisch, eine physische Wohnung, jetzt ein Beispiel, ja. Diese Person ist gesundheitlich angeschlagen, zum Beispiel, ja, und gamet den ganzen Tag. Ist ja eigentlich nicht gut, ja. Lebt vielleicht vom Staat, das gibt's, ja. Ich würde dir schon Vorwürfe machen. Es wäre schön, wenn sie wieder sich arbeitstechnisch einbringen könnte. Manche können das nicht, ich verstehe das, ja. Meine Frage, warum wollen die das nicht unbedingt extrem stark, ja, warum will er nicht unbedingt wieder zurück ins normale Leben, ja. Ich habe meine Frage gesagt, ja, weisst du, das Ding ist einfach, wo er jetzt ist, im Game, ist er vielleicht halt mega gut unterwegs. Er ist halt der King. Weisst du, ich sage es dir, es ist ja schon, weisst du, hat Prestige im Game. Ja, er ist vielleicht der beste Spieler und, ich meine, das klingt jetzt aus ein bisschen doof, Nee, nee. Aber für nicht Gamers, aber ich sage mal, der vielleicht ist der beste Spieler, kriegt mega viel Anerkennung von männlichen und weiblichen Spielern, ähm, es hat der Boss, ja, ich meine, es ist der King, weisst du, im normalen Leben, ich meine, World of Warcraft Episode von South Park. Ja, genau. Mama Schüssel! Aber ich sage es, aber das ist einfach so, aber ich habe ihr das versucht zu erklären, für Chinesen, sie versteht, weibliche Chinesen, Chinesen versteht das nicht so gut, ja. Und meine Frau, Pianistin, also manaloge Pianistin, da gibt es den Ton nur im Moment, dann ist der weg. Sie versteht das überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ja, weisst du, der vielleicht folgt der King, der hat ein gutes Leben dort, kriegt Anerkennung, alles, und der hat wirklich keine weiteren Bedürfnisse. Es ist noch schwierig, das wieder rauszubekommen, ja. Weil sein Bedürfnis ist sehr groß und es ist befriedigt, ja. Und ich weiss nicht, wie es in der Zukunft ist. Ich meine, jetzt wird es ein bisschen naughty, oder? Aber ich meine, vielleicht in der Zukunft geht es wirklich aufblasbar und Puppen um und machen die weltlichen Bedürfnisse auch noch mit. Nicht nur das, aber dann ist man komplett weg vom Fenster, ja. Aber ich meine, nicht nur das, was ist, wenn der Punkt kommt, nehmen wir jetzt mal an, du hast halt breite Massen von Populationen, die ähnlich ticken und sie pumpen, aber sie pumpen ihr Geld, also ihr Geld oder was dann auch immer einfach diese Energie, also das Geld in das Spiel so krass, dass diese Person, die jetzt arbeitslos von außen ausschaut, ihr Geld im Spiel verdient und das umkonvertieren kann in Real Life Money und dann sogar mehr verdient als irgendjemand, der im Real Life, das passiert ja schon heute mit E-Sportlern. Ja, genau. Das meine ich. Und wenn das at scale passiert, dass zum Beispiel, statt dass ich, ich gebe dem Beispiel, wenn wir dann so weit schon sind, dass zum Beispiel ein physischer Innenarchitekt, der physische Immobilien designt, weniger verdient als ein virtueller Architekt, designt, der für ein bestimmtes Metaverse Immobilien, Wohnungen oder Places, Spaces, vielleicht, wir nennen es da nur noch Spaces, designt. Ich mache ein Beispiel. Das meine ich. Ich mache ein Beispiel zum Beispiel. Ich hatte jetzt mit meiner Frau auch wieder Diskussion. Kunstwerk. Ich mag Kunst, ich mag aber italienische Kunst oder französische, europäische mit Ölgemälde. Aber Achtung, die sind mega schwierig in Stand zu halten. Also die bleiben nicht immer gleich. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Ja, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die müssen auch refreshed werden. Die können zerstört werden bei dem Prozess. Du kannst dann nicht irgendeinen Kurator dran lassen, der dir das Bild refresht, das irgendwie unbezahlbaren Wert hat. Der ist auch wieder mega teuer. Es ist wie ein mega teurer Aufwand, das Bild immer wieder zu haben. Du kannst vielleicht ausstehen, damit Gelder verdienen, aber das machen viele nicht. Wenn ich jetzt vergleiche mit einem und dann auch noch den Verkauf, ist das überhaupt verkaufbar? Es muss über die Grenze. Da ist wieder die Frage, ist es an Raubkunst oder will der Staat wieder sagen, geht über die Grenze? Wie sieht es mit der Steuer aus? Es gab da schon durchaus Probleme auch und es gibt auch mal Dinge, die plötzlich heissen, das Kunstwerk kann gar nicht mehr verkauft werden, das gibt es auch. Deswegen sei es Kulturgut nicht mehr verkaufbar. Jetzt steckt das in einem Land, kann nicht mehr raus. Was ist jetzt der Wert davon? Du weisst es physisch, das kannst du nicht mehr wieder über die Grenze bringen. So einfach. Hat es noch einen Wert? Ich finde es noch interessant, wenn man jetzt vergleicht mit theoretisch digitaler Kunst. So, jetzt kommt es. Digitale Kunst. Du könntest ja jetzt schon digitalen Künstler haben, der macht ein Kunstwerk an die Wand. Und das hat natürlich viele Vorteile. Erstens braucht es keine Pflege bei diesen Daten. Das könnte ja ein Rahmen sein, ein Frame, der das Bild digital anzeigt. Aber jemand hat dieses Bild in dieser Datei so designt. Das heisst, es könnte immer visuell möglich sein. Es wäre gut, weil es bräuchte keine Pflege. Es wäre immer gleich. Das wäre ein Riesenvorteil zum analogen Gemälde. Der Transfer wäre sehr einfach. Wenn du sie einen kauft, dann kann ich das digital transferieren nach Amerika. Der Verkauf hat stattgefunden. Du hast keine Border sozusagen. Das ist keine Grenze. Es gibt nicht mehr diese Transportkosten unbedingt, diese Risiken der Zerstörung. Das sind alles Vorteile von digitalen Kunst. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist ja replifizierbar. Naja, analoges Gemälde könnte auch nachgemalt werden. Digitales. Fakes. Ja, genau. Wolfgang Petracci zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel dann so bei einem digitalen, ich meine, es könnte auch replifiziert werden, aber wenn du die, man könnte ja auch digital schützen, theoretisch, man weiß, das ist die originale Datei. Das geht, ja. Dieser Fall könnte eintreffen. Es ist ein bisschen crazy, daran zu denken, aber ich glaube, das könnte wirklich mal kommen und ich könnte mir forschen, dass es kommt. Ob ich es gut finde, Dinge persönlich stelle ich komplett aussen vor. Ich mag analoge Kunst. Ich finde das schon, ich habe einen riesen Respekt vor dem Handwerk, sei es eine Uhr, sei es ein analoges Gemälde. Ich mag alte Gebäude. Die meisten Gebäude, die ich besitze, sind alt. Ich mag Sandsteingebäude, ich mag Altstädte. Ich würde am liebsten dort wohnen. Das ist ein viktorianisches Haus am See, das wäre schon super, oder? Weil das kann man gar nicht mehr bauen. Aber ich verstehe jeder, der das anders sieht, ja. So im Unterhalten. Bei Gemälden ist es genau das Gleiche. Es könnte wirklich sein, dass es mehr Wert hat. Es ist genauso, wie es sein kann, dass es ein digitales Produkt, kann halt mal schnell mal mehr wert sein, als ein analoges Produkt. Nimm dir mal jetzt Betriebssysteme wie Microsoft, Windows. Also die Firmen basieren rein auf digitalen Gütern, die nicht physisch vorhanden sind. Sie sind nur auf Platinen, auf, ich sag mal, Chips und so weiter. Aber es ist rein digital. Also wäre Microsoft, hätte sie nicht diese Software oder halt Windows oder whatever oder Microsoft Office und so weiter, wäre Microsoft nicht Microsoft und auch nicht wirklich was wert. Es geht nicht primär um die Hardware, sondern was die Software auf der Hardware ist und die Hardware ist austauschbar. Also das ist auch ein sehr spannender. Ich glaube, es könnte kommen und es könnte auch mal sein, dass theoretisch eben, wenn es zu viele Leute gibt, die quasi in einer alternativen Welt leben, sage ich es mal so, im Metaverse, dann könnte es sein, dass die dann das Geld auch dort ausgeben. Gesellschaftlich müssen wir natürlich schauen, dass die es nicht vom Staat bekommen, sondern verdienen müssen. Dann habe ich kein Problem. Weil dann müssen sie wieder für jemand anderen mehr weggenerieren. Dann passt es. Solange sie es nicht vom Staat nehmen, dann werden sie mehr weggenerieren. Ja, jetzt guck mal, wenn du, nehmen wir jetzt mal, richtig, fanden wir am Metaverse. Ja, aber dann könnte es sein, dass wirklich digitalen mehr verdienen. Aber ich stelle dir mal vor, wenn du dort lebst und dort Geld verdienst, zahlst du auch Steuern. Und zwar am Metaverse-Staat. Die Metaverse, dass du bist. Und dort gibt es auch Sozialhilfe. Nee, jetzt aber, jetzt mal. Ja, ich verstehe es. Also, verstehst du, das muss man dann wie, also, das ist dann wie übertrieben gesagt, ein neues Land, in Anführungsstrichen. Du könntest jetzt argumentieren, dass es wie eine Doppelbürgerschaft, du bist erstmal Doppelbürger hier in der Schweiz und du bist hier in Metaverse-Land auch nochmal Doppelbürger. Klar müssen wir mit der Technologie, dass es mehr immersive ist, noch weiterkommen. Aber ich meine einfach nur, es ist nicht so abwegig, wenn du guckst, was heute der Mensch macht und wo er, ich sage jetzt mal so diese, also, wo er hinflüchtet. Er flüchtet ins Handy, er flüchtet den Bildschirm, nennen wir es jetzt mal so. Viele Leute flüchten den Bildschirm, ob es jetzt der Fernseher ist, der Computer, das iPhone, das Tablet, aber das ist halt einfach so. Ich glaube, du hast recht und es ist wie ein bisschen der Unterschied zwischen, ist es besser in echt gut zu sehen oder digital gut auszusehen, das finde ich auch noch eine interessante Diskussion. Aber ich denke, ich glaube auch, ja, also um zusammen die Antwort zu geben, ich glaube, dass es gut möglich ist, dass jemand digital später mehr verdienen will als digitaler Architekt, als analoger Architekt. Der Leverage, den er hat, kann auch sehr gross sein. Also ich glaube, das kann durchaus vorkommen. Wie digitale Kunst, kann teurer sein. Ich glaube, das kann alles kommen. Wird es kommen? Ich weiß nicht wann. Ich glaube, mein Gefühl sagt, es wird wahrscheinlich kommen zu 55, zu 55. Ich sage 55 Prozent, ja, es kommt. 45, nein. Also tendenziell eher. Tendenziell eher, längerfristig. Nicht sofort. Nee, das nicht. Das ist so ein Generationending, da müssen die alten Generationen auch aufsterben. Es ist schwierig, die Zukunft über die längere Zeit abzuzinsen quasi. Aber ich sage 55 Prozent, ja. ist immer doch die Frage, wie ist die Investment Policy? Also quasi, okay, dass es wird, ist eine Frage. Die Frage ist immer, willst du da investieren? Kannst du es bewerten? Ich wäre wahrscheinlich nicht, der er nie es bewerten kann, glaube ich. Ich traue mir das nicht zu und gut, vielleicht, wenn ich mich rein und rein denke, ins Topic noch mehr. Aber ich gehe mehr auf rechte Werte. Gut, rechte Werte ist, aber ich sage mal, Cashflow generierende Werte. Ich mache wenige Spekulationswerte. Ich glaube, das Problem ist, es ist so auch so ein... Dividende. verdienen, weil sie irgendwas am Handy machen können. Ja. Also nur am Handy. Es gibt Leute, das ist undenkbar. Ja, du hast so ein Glas-Device, das hat so ein Glas-Screen und ja, das sind alles super, also nicht alle, aber jeder hat die Möglichkeit und da hätten die dich auch gesagt, ja, was bist denn du für ein Vogel? Absolut. Raus hier, komm mal in die echte Welt, so und ich glaube, es ist so eine Perspektive, auch ich habe teilweise schon Mühe, was jetzt Kinder, ich sehe da immer auch im Store bei uns, so immer am Samstag bin ich dort, so wie die auch denken, reden und woher die ihre Informationen kriegen, also für sie ist sofort YouTube, 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 wenn sie Videos gucken, Openings oder so. Ja. Also es ist halt instantly, du kommst gar nicht auf die Idee, irgendwas von Fernseher zu labern oder irgendwas, sondern es ist sofort Social Media, weißt du, was ich meine? Absolut, das sehe ich bei meinen Kindern übrigens, die benutzen YouTube, das war das Erste, das sie benutzt haben praktisch. Schauen sie Fernseher? Habt ihr überhaupt? Das Ding ist, wir haben, wir schauen keinen Fernseher. Achso. Aber ich glaube, ich habe gar keinen eigentlich. Eben, ja, aber du bist ja sogar, weißt du, was ich meine? Aber das ist halt ultra krass, also ich bin halt noch mit dem Fernseher aufgewachsen, damals gab es halt kein YouTube, bei dir wahrscheinlich auch nicht, aber das finde ich schon mega krass, wie schon nur so 10 Jahre oder teilweise 15 Jahre in meinem Fall Unterschied mit jemand Jüngerem ausmachen, was da schon teilweise so für, also zum Beispiel Google als Suche wird gar nicht mehr genutzt von vielen sehr jungen Leuten. Ja. Google. Ja, interessant. Sondern es wird direkt auf YouTube gesucht oder was ich letztens auch ultra krass gelesen habe, ist, es wird über TikTok gesucht. Geil. Ich denke mir so, what? Häftig. So, also stell dir jetzt vor, ich suche jetzt zum Beispiel, hey, wie mache ich jetzt eine Pizza, jetzt übertrieben gesagt, und dann wird nicht auf Google gesucht, ich würde jetzt auf Google nach kurzem Rezept suchen, ja, weil ich bin eine andere Generation. Die würden jetzt auf TikTok, auf TikTok suchen, dann gucken sie, was sieht schön aus und dann die Pizza mit mir hier, das mache ich nicht. Das wird passieren. what the hell. Das denke ich mir jetzt schon so, ähm, okay, so hell. Sagt dir eine Generation, ich zum Beispiel hätte noch vorher, meine Generation vorher, die hätte noch in einem Backforum geschaut. Foren zum Beispiel. Ja, Foren. Ich sage es dir, Foren gibt es nicht mehr so wie früher. Früher gab es so alle ein Forum. Ja. Dann gibt es YouTube, dann gibt es Google Suche, da hat sich eigentlich das Forum ein bisschen erübrigt, weil du fragst einfach alle. Jemand macht ein Video, wie man das backt. Man muss es nicht mehr fragen. Vorher gab es noch die Foren, oder? So diese Foren. Das war noch bei mir zum Beispiel. Bei dir war es Google und jetzt siehst du direkt auf TikTok und auf YouTube. Das ist so ultra krass. Das ist, das ist, so dass dieser Wandel kommt. Das heißt auch so, nichts kann, ähm, sowohl von Mensch gemacht, als auch von Natur, nichts kann so dieser Zeitstand halten. Irgendwann ist, egal was auch auf einmal obsolet, und mit obsolet meine ich nicht, dass es aktiv ist, sondern auch irgendwann ein Baum stirbt auch und dann gibt es wieder einen neuen Baum und, also weißt du, wie ich meine? Also das ist so, ähm, ja. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen auch. Wir waren mal bei dir, zum Besuch, und, ähm, da sind wirklich viele Spiele, oder und so weiter, und ich habe ein bisschen mit meiner Frau darüber gesprochen, oder? Und meine Frau so, wow, das sind echt viele Spiele und so, und sie hat, ja, ich wusste, dass das überhaupt so existiert. Soll ich das sammeln und so viel spielen, so für die so, unbegreiflich, wie ist es dem, oder ausklaviert, aber eine analoge Pianistin, ja. und, ähm, es ist wirklich ganz anders und ich habe mit dir besprochen, so, was gibt es in Zukunft, in welche Richtung geht es vielleicht, oder? Und, ähm, da hat sie gesagt, ja, aber ist das überhaupt gut und so und quasi, ist das wie, ist das schlecht und das kann ja nicht sein und so, wie kann man dann, also Mann wählen und so weiter, weißt du, also auch ein bisschen so die Dinge, oder? Es ist halt eine andere Kultur, ein anderes Mindset, ja. Ja, total. Und ich habe dir gesagt, weißt du, das muss ja nicht werden. Ich habe gesagt, du musst wie, du musst nicht werden, du musst nicht überall investieren, ja. Ich meine, du kannst, ich finde es immer mega interessant zu schauen, was sind so, was geht, wo geht es hin und ich werde das nicht. Ich meine, oftmals kommt was Gutes dabei raus. Ich bin auch sehr positiv. Ich glaube, meistens wird es gut, ja. Und, ähm, ich glaube einfach, man muss entscheiden, wohin geht es und das zweite ist, was mache ich und das dritte ist, wohin investiere ich. Und das kann, zum Beispiel, du kannst sein, dass du alles Bescheid weisst, tip top, du bist, du bist voll dabei, du weisst Bescheid, lebst aber eigentlich sehr analog und investierst dann analog oder in das Neue. Du musst es nicht in deinem Leben so anwenden. Du kannst aber trotzdem das verstehen und darin investieren. Das ist so wie im Prinzip, ich finde das eben noch gut, du kannst es auswählen. Du investierst jetzt, sagen wir mal, in Facebook, Social Media oder in andere Social Media Firmen, aber es muss nicht unbedingt sein, dass du Konsument von Social Media bist. Genau. Oder? Also das ist auch wichtig, ich investiere auch in Dinge, wo ich nicht auch unbedingt immer Konsument sein muss. Ja, also jetzt zum Beispiel, ich investiere in Tabakfirmen, als das Beispiel, aber ich rauche nicht. Also es gibt aber auch Fälle so, okay, ich investiere in Coca-Cola oder Nestle, aber von dort konsumiere ich Produkte, also von diesen Marken. Also das ist, glaube ich, das muss man auch immer so ein bisschen differenzieren. Man muss nicht immer in alles, was man investiert, ist gleichzeitig Konsument vom Produkt, der Dienstleistung oder auch von egal was sein, aber Trends erkennen, so nach dem Motto, oder? Etwas verstehen und etwas investieren, man muss nicht immer das, also das kann sein, dass du die neuen Medien verstehst, aber dann trotzdem in Tabak investierst. Und das ist okay und ich finde das auch gut, man muss nicht alles verstehen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist, was du investierst, solltest du verstehen. Und wie gesagt, ich finde diese neuen Themen mega interessant, selber investiere, aber sehr konservativ, wie du weisst, und eher analog. Und ich denke, es ist auch okay, aber man soll es verstehen. Das ist, glaube ich, ein geiler Podcast gewesen. Ich meine, wie lange sind wir dran? Ich habe es gar nicht mehr im Blick. Zwei Stunden haben wir geknackt. Let's go. Let's go. Sehr geil. Vielen Dank, David. Das war richtig geil und vielleicht gibt es auch mal eine zweite Session, aber das war jetzt wirklich mindblowing. So viele Themen. Danke. Ja, danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.